Hey, ich wünsche euch also herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt die Vollversion von Last Days of Lazarus. Wir haben die Demo vor ungefähr sieben oder acht Monaten gespielt. Es war noch letztes Jahr irgendwann, ich weiß gar nicht genau. Und ja, es ist ein Spiel von den Entwicklern von Grey Dawn. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Und das war thematisch so, also grafisch so in dem christlich-orthodoxen Ostbereich so. Ich weiß nicht genau, wo die Entwickler herkommen, ich vergesse es immer. Aber ich glaube, halt da, wo man christlich-orthodox ist, so die Richtung. Und es ist auf jeden Fall sehr witzig. Aber gleichzeitig erinnert es dann auch wieder irgendwie an Silent Hill so ein bisschen. Also durchaus ziemlich krasse Horrorelemente, denke ich, werden wir da sehen. Und ich bin schon mal sehr erfreut, dass unser Protagonist hier mittlerweile keine Glatze mehr hat. Ich weiß nicht, wie es mit dem Oberlippenbärtchen stand. Ich glaube, er hatte auch einen, aber eine Brille hat er nicht gehabt. Aber naja, Oberlippenbärtchen ist ja jetzt wieder in so 80er Jahre. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Leider alles nur auf Englisch, aber I'll do my very best. Ähm, wenn wir uns in dem Zustand befinden, dass nichts in dieser Welt uns glücklich machen kann... Glücklich machen kann, dann ist das meiste... Scheiße, siehst du? Mal sehen. Ja? Wie ist es? Manian. Es ist mir, Ludmilla. Listen, Sie müssen nach Hause nach unten kommen. Ludmilla? Was ist das? Es ist Mom. Sie... Sie ist tot. Was? Was hast du gesagt? Sie schütz- Gott, kümmer mich. Sie sagen, die Wahrheit. Sie denken, ich stelle, wie ich etwas ausgerissen? Sie ist tot wie Bündelabend. Sie ist auf eine Röpe in der Closet. Oh mein Gott, ich bin so scared. Es ist schmerz und regnet, und ich bin all bei mir selbst. Was mache ich? Was mache ich? Warum hast du mich in der ersten Zeit? Call die damn Polizei oder an Ambulanz? Please, sag mir, du kommst nach Hause. Ich kann nicht nach Hause nach Hause. Was? Was das denn? Du musst nach Hause kommen. Unsere Mutter ist tot, und du... Listen, ich kann nicht. Not jetzt. Ich habe ein Job, und es ist nicht das, was ich kann wegnehmen. Was ist mit deinem Job? Du hast mich und Mom, wie mein Vater gemacht. Du bist ein Selbstbewusstattard. Listen, wenn ich könnte, würde ich gleich kommen. Aber ich wirklich kann nicht. Ich werde nach Weihnachten nach Hause, okay? Nein, das ist nicht okay. Du musst nach Hause kommen. Ich kann nicht so lange warten. Ich habe mich hier. Warum kannst du verstehen? Ich bin sorry. Ich bin... Ich bin da. Martha. Nein. Nein. Was will ich tun? Du Scheiße. Rumänien. Ich glaube, da kommen auch die Entwickler her. Und ja, ihr habt den Style schon gesehen. Es ist ziemlich interessant, weil es... Für mich jetzt zumindest was anderes ist. Martha's Apparat. Ich bin da, wenn ich bin 16 Jahre alt bin. Ich habe mich nicht erinnert. Ich habe mich nicht erinnert. Ich habe mich nicht erinnert. Warum bin ich nicht einfach nach Weihnachten gekommen? Das letzte Job war ein Schmerz. Und jetzt muss ich mich kurz aufhören. Ich hoffe, dass meine Freundin mich aufhören. Ich sollte mir ein paar Blöcke bekommen. Sie muss mich erwartet. Sie muss mich aufhören. Außer von gehen zu arbeiten, sie nie verliebt. Hallo. Ja, ist wieder so richtig schön Ostblock-Style hier. Post-Sowjet-Style, glaube ich. Es erinnert mich zumindest daran. Und es ist Weihnachten. Hey. Und es ist alles schön bunt und so. Also, nochmal kurz Zusammenfassung. Unsere Mutter ist gestorben. Unsere Schwester hat uns panisch angerufen, weil unsere Mutter sich im Kleiderschrank erhängt hat und wir sind nach Hause gekommen. Wir konnten aber nicht, weil wir einen wichtigen, sehr, sehr wichtigen Job zu tun haben. Und jetzt sind wir dann doch ein bisschen später nach Hause gekommen. Mom's Funeral, 26. November. Und ja, sind jetzt hier und suchen unsere Schwester, die normalerweise nur zum Arbeiten das Haus verletzt. 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 Und müssen jetzt herausfinden, was hier so vor sich geht. Also, wir haben das schon mal gespielt. Die Demo. Und der Anfang war auch genauso. Also, im Prinzip starten wir so wie in der Demo. Allerdings ist mir jetzt schon direkt aufgefallen, dass der Synchronsprecher ein anderer ist und nicht mehr so hart klingt wie vorher. Also, er war schon sehr, sehr hart. Sehr, so Bruce Willis-Style, ne? Der Alte. Und der ist jetzt so ein bisschen weicher. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Okay. Hier haben wir einen Brief. Mein liebster Bruder, wie du sehen kannst, bin ich nicht zu Hause. Ich habe gelernt, diesen Ort zu hassen seit dieser schrecklichen Nacht. Ich bin auf dem Friedhof und mache eine Kerze an Mutters Grab an. Ich hoffe, ich werde den Bus kriegen noch vor 9 Uhr abends. Falls nicht, mach dir keine Sorgen. Ich bin jetzt erwachsen. Ich kann auf mich selber aufpassen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gerne in den Zug einsteigen will und weit, weit weg fahren will. Wer weiß, vielleicht kaufe ich mir heute Nacht ein Ticket. Mach dir keine Sorgen über mich. Ja, mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin das Risiko eingegangen, die Eingangstür aufstehen zu lassen für dich. Also, unverschlossen zu lassen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Deine Schwester Ludmilla. Alles klar. More to know. Also, wir müssen hier... Es wird nur so ganz klein, verändert sich das. Doch, es wird zum größeren Kreis. So, schauen wir uns erstmal in der Wohnung um. Seltsam? Was ist seltsam? Prayer for Deliverance from Evil. Also, Gebete, um das Böse abzuwehren. Was ist da oben los? Warum wird so gepoltert? Ich mag einfach diese Details hier. Und alles ist so kitschig. Das ist ja eigentlich das Coole an diesem Orthodoxen. Es ist alles einfach so... Einfach so zu viel. Und einfach... Einfach viel. The role of the church in modern culture. Die Rolle der Kirche in der modernen Kultur. Warum... Hier so ein Poster, keine Ahnung. Also, ich weiß noch, die Mutter war sehr gläubig. Sehr gläubig war die Mutter. Ich höre hier immer was. Huch! Das wollte ich nicht. Was habe ich getan? Okay. Okay, also, äh, der Präsident hat wohl die Grenzen geschlossen und keiner darf das Land verlassen und ich glaube, den geht es hier generell ziemlich beschissen. Oh, das ist, komm ich da raus? Guckt euch mal den Schneestürmer und die Autos. Das fand ich schon in der Demo so schön, das ist wirklich schön. Und, äh, die Opposition scheint sich zu organisieren gegen den Präsidenten. Ich glaube nicht, dass das reell ist, real alles. Meine Mutter sagte, sie würde gerne sterben, während sie das Ticken dieser Uhr hört, aber am Ende hat sie sich dann doch im Wandschrank erhängt. Ich finde das total irre, dass man hier die Geräusche auch in den Nachbarnzimmern hört. Das ist schon ein bisschen creepy. Gibt es hier irgendwas drin? Ich muss jetzt Schränke aufmachen. Türen zu, Schränke auf. Okay. Oh, eine Kamera. Genau. Was konnten wir damit machen mit der Yashica 44? Erstmal nehmen, ne? C um die Collectibles. Ach, es ist eine Collectible. Ein Sammelstück. Okay, das sollten wir auch lesen, weil da gibt es immer Informationen, äh, über die, die Sammelstücke. Das weiß ich noch. Also, Documents. Da gibt es nur vier hier. Ah, Chapter 1. Okay, Items. Keine Gegenstände. Sammelstücke. Ich erinnere mich an dieses alte Teil. Die Kamera erinnert mich an die ersten Schläge, die ich von Dad bekommen habe. Äh, ich war ungefähr 14 Jahre alt. Und ein fernter Verwandter hat uns an Weihnachten besucht und hat dieses Ding als Geschenk mitgebracht. Selbst heute ist es vielleicht nicht viel wert. Ähm, aber es war damals in den alten Tagen eine ziemlich teure Kamera. Dieses Ding, äh, braucht ein, ein Film, eine Filmrolle oder eine Filmkassette. Und wir hatten nur eine. Äh, Dad hat es schnell benutzt, um einige Bilder von uns aufzunehmen. Wie auch immer, ich kann mich daran erinnern, äh, dass er nicht davon beeindruckt war und hat sie weggeworfen. Er sagte, dass wir vielleicht nicht, besser keine Erinnerungen unserer Familie behalten, weil es gibt nichts Besonderes über uns. Ich hab niemals verstanden, äh, wie er das meinte. Aber, ähm, ich hab oft die Kamera genommen und hab so getan, als ob ich Bilder von Mom und Dad mache. Und sogar von Ludmilla, die, äh, nur ein Kleinkind zu der Zeit war. Äh, einmal hab ich Dad überrascht, als er von der Arbeit nach Hause kam und hab so getan, als ob ich ein Bild von ihm gemacht hätte. Ähm, er, ja, äh, er hat mich quasi angemacht und hat mich geschlagen und hat die Kamera aus dem Fenster geworfen. Ähm, er hat angefangen zu wiederholen, dass unsere Familie es nicht verdient, ähm, Ähm, dass die Erinnerungen aufbewahrt werden, weil es, weil wir einfach nur wertloser Abschaum sind. Ähm, dass wir, ja, Wretches sind und, äh, voller Sünde. Ich habe niemals seine Wut verstanden, aber ich vergebe ihm. Ich habe nach der Kamera in der Nacht gesucht und hab sie gefunden. Äh, ich hab's versucht, sie wieder zusammenzubauen, aber keine Chance. Jungs, ein paar Tage später hat Dad uns verlassen. Okay. Schön. Ja, nicht schön. Eher doof, aber... Schön, dass wir das, äh, gelesen, gelesen haben. So, oh Gott. Die Maus ist so schnell. Ich versuche mal ein bisschen... Kann man hier ein bisschen langsamer machen? Letzten mal Options, Brightness, äh, Graphics, Display, Gameplay vielleicht. Field of View, Headbobbing, Camera, Speed. Mal so ein bisschen, oh, 50 machen. Ja, so ist, glaube ich, besser, ne? Okay, alles klar. Was haben wir jetzt? Okay, bin am Friedhof. Bin am Friedhof, bin bald wieder zu Hause, Ludmilla. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür? Ein weiterer Brief. Hurra, mein liebes Kind. Selbst wenn eure Erinnerungen an euren Vater eher vage sind, hoffe ich, dass ihr euch erinnert, wie, ähm, liebevoll er war. Hm. Tust du doch, oder? Ähm, ein, ähm, ja, ein sanfter Mann. Immer bereit, sein Leben für uns alle aufzugeben. Lazarus, mein liebster Sohn. Ich verstehe deine Frustration, äh, und deine, ja, deinen Abstand, den du zwischen uns hältst. Aber glaube mir, es ist nicht einfach. Ach, äh, ist auch für uns nicht einfach. Deine Schwester und ich sind alleine, äh, oder, ja, sind alleine gegen eine Welt, die uns nicht mit guten Augen anschaut. Ähm, die Leute, ja, sind am lästern. Ich, äh, will, dass du nach Hause kommst. Lass uns drei wieder zusammen sein. Du, ich und Ludmilla. Ähm, wir könnten uns aufmachen und Wladimir suchen. Ähm, lass uns unseren, äh, lass uns euren Vater dazu überreden, nach Hause zu kommen. Oh, wie ich wünschte, dass ich das könnte. Unsere Liebe war, ja, endlos. Ähm, einige würde sagen, vielleicht sogar besessen. Lazarus, sei nicht wie dein Vater. Verlass uns nicht und lass uns nicht alleine. Komm nach Hause. Gott schütze dich. Mom. Okay, also Mom wollte, dass wir uns wieder, dieses religiöse Bild macht, dass ich mich unwohl fühle. Also Mom wollte hier alles wieder vereinen. Oh! Sollte eine neue Glühbirne suchen. Okay, was haben wir hier noch? Oh, Medikamente, Medizin. Ludmilla sollte sie wegwerfen lassen. Das war mein Vater. Nachdem er uns verlassen hat, hat unsere Mutter angefangen, wunderschöne, religiöse Poeben und sie zu den Nachbarn gelegt. Das hat uns als eine Familie von Fanatik. Okay, das war die Schreibmaschine meines Vaters. Als er weg war, hat sie angefangen, verrückte, ja, religiöse Gedichte darauf zu schreiben und sie an die Nachbarn zu verteilen. Und es sah so, als ob wir Fanatiker wären. So, das ist wahrscheinlich die Familie. Das sind vielleicht wir. Das ist Mom. Ludmilla ist eins der Kinder. Keine Ahnung. Oh, jetzt mal Ruhe da oben. Ist ja schrecklich. Können wir uns mit dem Weihnachtsbaum machen? Okay, was haben wir? Hier ist noch eine Kiste. Oh. Okay. Was ist da drin? Gar nichts. Ich meine, irgendwas hätte man an dieser Kiste machen müssen, damit es weitergeht. Aber na gut. Schauen wir mal weiter. Die Tür geht nicht auf. Okay, wir können noch raus. Können wir hier irgendwas machen? Ah, eine Glühbirne. Sehr gut. Sehr gut. Ah, stimmt. So war das doch. Sonst noch irgendwas? Fabrica de Electro... Casin... 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 Movilitia. Hm. Okay. So, wie use ich die jetzt? Ach, einfach so. Sie... Ah, ein Schlüssel. Ein Schlüssel für den Flur. Dann kommen wir wahrscheinlich hier rein. Uh. Okay. Saving. Hast den Flurschlüssel benutzt. Weiter jetzt. Noch ein Weihnachtsbaum. Ein Klavier. Ein Klavier. Was haben wir hier noch schönes? Ein Brief. Vater Abraham hat mir gesagt, dass ich Gott glauben soll. Ähm, nee, Quatsch. Dass mein Glaube in Gott ein ungesundes Level erreicht hat. Dass ich vielleicht, ähm, die Seile durchtrennen soll mit der Vergangenheit und alles vergessen soll. Und meinen geliebten Vladimir vergessen soll. Dass ich, äh, aufhörte, hören sollte zu leiden. Was? That I should stop stuffing. Achso, dass ich aufhören sollte, die Wände meines Hauses mit Gemälden von Heiligen voll zu stopfen. Und, äh, aufhören sollte, ja, Incense zweimal am Tag zu verbreiten. Ich denke mal, so eine Art... Keine Ahnung was. Ähm, welche Art von teuflischen, äh, Ratschlag ist das denn? Welche Art von Priester glaubt, äh, denkt so, so auf die Art und Weise? Dieser Mann ist ein, ein Apostat. Keine Ahnung. Anathema. Ich werde niemals wieder einen Fuß in diese verfluchte Kirche setzen. Niemals. Ähm, ich werde dieses, dieses Haus zu einer, zu einer echten Monasterie machen. Ich denke mal, so eine Art Kirche. Ähm, wahrscheinlich habt ihr mir das auch schon unter das Video von der Demo geschrieben, aber ich bin einfach so vergesslich. Es wird der perfekte Ort sein, um Gott zu dienen. Zur Hölle damit. Selbst Ludmilla hat angefangen, sich in letzter Zeit, äh, schlecht zu benehmen. Ähm, sie bedeckt nichtmals mehr ihren Kopf, wenn sie das Haus verlässt. Was? Ein, äh, schamvolles Kind. Oder ein beschämendes Kind. Und nun, ähm, ist sie in Kahoots mit Faber Abraham. Ja, steckt sie unter einer Decke wahrscheinlich mit Faber Abraham. Er hat den Verstand meiner Tochter verdreht und hat sie dazu gedrängt, ähm, mich in die Klinik zu bringen. Oder, ja, ins Krankenhaus zu bringen. Für einen psychiatrischen Check-up. Dieser verdammte Idiot. Und sie hat keine Idee, wie viele Opfer ich für das Gute in dieser Familie gebracht habe. Oh, Wladimir, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich will, dass du nach Hause kommst. Hm, das ist wohl Wladimir. Ach nee, das sind wir. Wir früher. Und das ist Ludmilla. Ludmilla. Sieht aus wie die kleine Mascha. So, hier ist eine Matruschka. Oh, Mom und Dad. Da ist ein bisschen Schimmel an der Wand, oder? Sieht ein bisschen ungesund aus. Was haben wir hier Schönes? Telefon. Ah, da sind wir ja. Also wir sehen definitiv anders aus. Das sind wir wahrscheinlich. Als in der Demo noch. Kirchengesänge wahrscheinlich. Okay, ich glaube, das reicht. Nicht, dass Google, äh, YouTube hier wieder Probleme macht. Okay, das sieht nicht wirklich gesund aus. Sagt der was zu? Warum steht der Eimer da? Okay, hier gehen wir gleich. Ach du. Ach du Scheiße. Was ist, was zum Teufel ist denn hier passiert? Oh, Katze. You look a little rough, old boy. I hate to break this to you, but you fit perfectly in this old, decrepit place. Ja. Du Gute. Schon gut. Okay. Kannst du das nur essen? Der Gestank ist übel, als ob es schon seit Tagen gesteht. Hallo? Lazarus? You finally arrived. Yes, a few moments ago. I thought you'd be home. Where are you? I'm beside her mother. Are you still at the cemetery? You should hurry up and catch a bus or else... Don't worry, I can handle it on my own. Listen, I brought you money. Enough to start a new life somewhere else. I want you to know that I am very sorry. There's no need to be sorry. I have forgiven you already, Lazarus. We all make mistakes from time to time. I have my own sense. Oh, thank you. Listen, you should hurry up. It's cold and dark already. By the way, where are you calling from? Ludmilla? Are you still there? Hello? What the fuck? Haha. Da glänzt doch was. Okay, Ludmilla hat... Können wir jetzt hier rein? Ludmilla hat uns vom Friedhof nochmal angerufen. Und wollte sagen, dass sie bei Mutter ist. Und sie froh ist, dass wir da sind. Wir haben ihr Geld mitgebracht, haben wir gesagt. Damit sie irgendwo ein neues Leben anfangen kann. Aber das will sie nicht. Sie sagt, sie hat ihre eigenen Sünden, mit denen sie klarkommen muss. Nun gut. Was ist so liebevoll gemacht? Mit dem Kuli und der Karte. Zucker. Das eingemachte Zeug hier. Die eingemachten Gurken, ne? Wunderbar. Meine Schwester ist fauler als ich. Okay, hier ist anders. Ein Eimer. Okay. Und noch ein Brief. Seltsam, nicht wahr? Heutzutage sieht so aus, dass selbst die einfachsten Dinge einfacher zu verstehen sind, wenn sie aufgeschrieben werden, nicht wenn sie gesprochen werden. Ich erinnere mich an jedes Weihnachten, das du Mom und mich besucht hast. Wie du teure Geschenke mitbringst. Geld, Klamotten, Schmuck. Wir haben alles verkauft. Einiges davon haben wir zur Wohltätigkeit gegeben. Wir brauchten gar nichts davon. Manchmal sitze ich hier und denke, wo bekommst du all dieses ganze Zeug her? Teure, antike Objekte. Wir kümmern uns sehr wenig um Geld. Oder wir machen uns keine Gedanken um Geld. Wir wollen einfach nur jemanden in der Nähe haben. Eine Paternal-Figur, also eine väterliche Figur, Paternal oder eine familiäre Figur vielleicht. Jemand, mit dem man reden kann. Jemand, an dessen Schulter wir uns ausrollen können. Und trotzdem, dachtest du, du könntest diese Wünsche damit erfüllen, indem du immer wieder mit Geld auftauchst. Du hast nichts verstanden. Du warst genauso wie unser Vater. Ach, Ludmilla. Noch mehr Zucker. Ich suche nach das Milchmädchen. Naja, diese süße Milch. Diese dicke, zellflüssige Milch, die man in den Tee oder in den Kaffee tut. Ah, haben wir hier nicht. Was ist das? Noch mehr Gebete. Da. Christine Orthodox. Irgendwas Orthodoxes. Okay. So. Dann gucken wir mal. Hier war nämlich noch... Hier glänzt was. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Aber ich sehe, dass ein Licht da drin ist. Okay. Da kommen wir nicht rein. Ähm. Was? Was ist das? What the hell was that? What the hell was that? Can I see itself? Was? Was ist das? 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 Keine Geige im Wohnzimmer, bitte. Ich will mich draußen gucken. Das ist immer noch zu. Warte mal, das sah auch gerade anders aus. Rüssel in der Wand und ein ekelhafter Gestank kommt von der anderen Seite. Das ist der Wahnsinn. Sie hat sogar die Bahnhofstattür abgeschlossen. Das Mittagessen. Als sie da rauskam. Ja, die Polizei anrufen. Super Idee. Die glauben mir bestimmt. Da ist ein Teltakel in meinem Klo. Mal gucken. Okay, I'm going to ask you to come. Calm down and back away from the door. Try to arm yourself with a knife, if possible. Are you kidding? It's a bloody monster. How would a knife help me? Damn you. Just send someone. Oh, God. It's happening again. Please calm down. You are not the only emergency. There are reports from all over the city about abnormal activities and strange occurrences. You are not our first priority. No. No. Damn you. Okay. Nice. Ich glaube, jetzt kann ich hier dran. Ich muss einen Schlüssel finden dafür vielleicht. Oh, Katze ist weg. Also, der Polizist will uns nicht helfen. Er sagt, es gibt ganz viele paranormale Aktivitäten. Und wir sind nicht die höchste Priorität. Wir kommen nicht raus. Was ist das? Wo kommt das her? Momuschka. No. Oh, das Gerucke geht mir. Dieses schreckliche Erdbeben. Oh, oh. Hier. Da. Der Schrank ist auf. Was ist? Ich muss mir das einbilden. Ein Bild. Das ist so schwer. Ich bleibe hier nicht einen Moment länger. Ja, ich gehe zu Miller, zum Friedhof und dann gehen wir in ein Hotel. Ich fuhr eine matschige Straße lang und plötzlich bekam mich die Angst, dass ich Angst über meine Schwester hatte. Selber Abend, eine Stunde später. Kolima-Region. Die Entscheidung, um die Grenzen zu verlassen, hat eine Kontroversie, besonders in der normalen Menschen. Das Fakt, dass nur riche Bürgerinnen mit politischen Verbindungen haben, die Zugang zu Dokumente, die ihnen die Lande zu verlassen, hat die öffentliche Meinung verletzt. Wait a second, das ist die Busse, die Lüttmühle zu bringen, hat die Lüttmühle zu bringen. Oh, Gott. Okay, also wir sind auf dem Weg zum Friedhof gewesen. Das ist wohl der Friedhof. Und da hinten ist der brennende Bus, der eigentlich Lüttmühle nach Hause bringen sollte. Und da sind verbrannte Körper drin. Und gerade eben haben sie im Radio gesagt, dass nur Reiche das Land verlassen dürfen. Und die Armen nur die Möglichkeit haben, sich illegal die Reisedokumente zu beschaffen. Was auch immer das bedeutet. Okay, es ist ein bisschen anders hier. Hallo? Ist das der Friedhof? Da hinten leuchtet was. Die Kirche wahrscheinlich. Das ist übrigens ein Schiff. Ja, es ist ein Schiff. Ich habe es auch erst nicht erkannt, aber es ist ein Schiff. Was zum Teufel ist hier passiert? Also ich glaube, man kann jetzt schon sagen, das ist nicht alles real hier. Das sind irgendwelche Erinnerungen, die jetzt zusammen... Was? ...zusammengedengelt werden hier. Lügen. Mutige Männer. Zu lange haben wir unter der Herrschaft von diesem Staat gelitten. Heute hat dieses schreckliche Regime, oder heute wird dieses schreckliche Regime sein Ende finden. Mit der Wahl unseres neuen Präsidenten hat das Volk den Krieg allen Hideous Phantasms erklärt, die unsere Freiheit überschatten. Äh... Die Menschen müssen frei sein. Soldaten. Wir kämpfen für Freiheit. Äh... Hebt eure Flaggen und... Äh... Marschiert voran. Ähm... Ähm... Äh... Entwurzelt das alte System und baut eine neue Welt. Nieder mit den Relikten der alten Zeit. Unsere... Kinder werden perfekt sein, oder werden es gut haben. In ihren Augen werdet ihr wie Götter sein. Und Götter werdet ihr auch werden. Dieses Opfer muss gemacht werden. Tausende von Menschen werden heute sterben. Aber ihre Tode werden nicht umsonst sein. Sterbt heute Nacht und werdet morgen wieder geboren. Lügen. Also wer auch immer hier die Revolution angezetteln wollte oder angezettelt hat, ist anscheinend ein Lügner. Oh! Eine Waffe. Krieg ich die? Filmrollen? Was ist das? Ich weiß es nicht. Pick the battery. Ach, eine Batterie. Und noch ein Brief. Sehr viel. Sehr viel zu lesen. Äh... Ich bin gegen meinem Willen hier. Das ist einfach Wahnsinn. Dieser Krieg macht keinen Sinn. Aber ich habe Kinder. Ich habe eine Frau zu Hause. Ich habe Angst um ihre Sicherheit. Welche Art von Freiheit ist es, wenn wir in diesem Wahnsinn gegen unseren Willen gezerrt werden? General Zotov hat uns befohlen, die Kirche der Transfiguration von diesem Erdboden verschwinden zu lassen. Eine kleine Holzkirche. Ich bin heute Morgen mit vier anderen Soldaten an diesem kleinen felsigen Strand gestrandet. Wir haben sofort die Kirche erkannt. Wir haben erwartet, dass es vielleicht eine Kathedrale eigentlich war mit vielen fanatischen Verehrern drumherum. Aber es ist einfach nur eine hölzerne Kirche ohne eine Seele in Sicht. Sie haben uns angelogen. Wir haben nur drei alte Mönche gefunden. Drei Mönche. Sie haben uns gegrüßt und haben uns was zu essen angeboten. Ähm... In ihrer traurigen Naivität hatten sie keine Idee, dass wir hierher gesendet wurden, um sie zu töten. Im Namen der neuen Regierung. Äh... Arme Leute. Sie wussten nicht... Ähm... Mönche hören, was wir ihnen gesagt haben. Wir konnten es nicht tun. Wir wurden unmissverständlich... Äh... Uns wurde unmissverständlich befohlen, sie... Äh... An Ort und Stelle zu exekutieren. Aber... Wie können wir diese unschuldigen alten Männer nur töten? Was könnte solch eine Tat rechtfertigen? Wir beten alle zu Gott, der uns über unsere Schultern schaut. Falls irgendjemand diese Nachricht findet, sollte wissen, dass wir, die fünf Soldaten, George, Ion, Viron, Vasil und Vanea, gestorben sind, zusammen mit den drei Mönchen. Weil wir es abgelehnt haben, das Spiel des Teufels zu spielen. Okay. Vorlesesimulator. Was ist das für ein Teil? Aha. Das ist ein Generator, der irgendwie mit dem Panzer verbunden ist, aber er scheint nicht zu gehen. Okay, das ist wohl die Fahne der Bösen. Der neuen Weltordnung. Da hinten flackert sie da. Ah. First Aid Kit? Nee, was ist das? Ein Radioempfänger. Pistole, Film, Flagge. Hier ist noch ein Zielzettel. Ab 23. Oktober. General Zotov hat uns verzweifelt Nachrichten mit neuen Befehlen geschickt. Ich habe gefühlt, wie er wütender und wütender wurde. Seine Befehle wurden immer mehr und mehr verrückt. Er hat in jedem Detail beschrieben, was wir den drei Mönchen antun sollten. Schrecklich. Er hat uns gedroht, wenn er nicht die Leichen der Mönche sehen würde, die am Strand liegen, dann würden sie die gesamte Insel wegbomben und die Sniper, also Scharfschützen werden uns wie Ratten jagen. General Zotov kann sich zur Hölle scheren. Heute Morgen ist der Navaya Cruiser oder hat der Navaya Cruiser die Küste erreicht. Ich habe voller Schrecken beobachtet, alles beobachtet von unserem Versteck aus, auf dem Bildschirm. Die Silhouette, die wie ein Geist durch den dicken Nebel gekommen ist. Wir werden sterben. Ich weiß, wir werden sterben. Unsere einzige Chance ist der Panzer. Unten drunter sehe ich in verschmierten Schriftzeichen, 23. Oktober. Okay. Dramatik, dramatik. Hier ist ein Tor. Da sind noch mehr Kreuze, da kommen wir aber nicht her. Oh, die brennende Kirche. Oh, noch ein Soldat. Das ist tatsächlich Krieg. Und nochmal was. Heute Morgen zum allerersten Mal haben wir die Blitze gesehen durch den dicken Nebel. Es ist irgendwas Unnatürliches daran. Das ist sicher. Ich sehe General Zotov, wie er umherfährt. Und wie er seine Augen in den Himmel richtet. Mit jeder Mission, die wir ausführen, scheinen diese seltsamen Phänomene sich mehr zu intensivieren. Mehr und mehr. Ich kümmere mich nicht darum, was die Wissenschaftler sagen. Für mich sieht es eher aus wie ein Zeichen von Gott. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Großmutter mir gesagt hat, als ich noch ein Kind war, dass sie mir über die Prophezeiung in der Bibel erzählt hat. Über die Zeichen, die uns das Ende der Welt zeigen werden. Die Luft um uns herum ist mit dieser Energie gefüllt. Und es sieht so aus, als ob alles diese Minute wirklich wahr wird. Unten drunter sehe ich verschmierte Zeichen CRBR4. Okay. Kommen wir irgendwie zu dieser Kirche? Ich glaube nicht. Okay. Ich weiß, was wir hier machen können. Irgendwas dahinter. Collectibles. Ich bin ja für alles zu haben, ne? Kleines Gebetshäuschen. Ah, guck mal her. Oh, da steht was hinter. Oh, was ist da? Eine kleine Jesusfigur. Ein Gebet. Okay. Battery. Radio Receiver. Okay. Collectibles. Kamera. Und dieses Ding. Nur indem ich das Gebet auf der Rückseite der Ikone lese, überfällt mich ein seltsames Gefühl, oder überfällt mein seltsames Gefühl, mein Herz. Hab Gnade mit uns. Oh Gott, hab Gnade mit uns. Delivery have a limited bloodthusty of Cain. Oh Lord. In me, my flesh will murder my soul by striking with evil deaths. I have not assembled Abel in his... Ja, ja, ein Gebet halt. Oh Jesus. Ist halt ein Gebet. Weiß nicht. Ist jetzt ein bisschen schwer zu übersetzen. So Gebete. Schwierig, schwierig. Ah. Oh. Ah. Strange. Seltsam. Können wir da runter? Nein? Strange. Alles klar. Ich glaub, wir müssen jetzt zurück. Dieses Spiel ist auch strange. Can you hear me? What the hell happened here? Listen. Can you hear me? Have you seen a young girl near the cemetery? They have slaughtered us. We must sink that cursed battlecruiser. What? Listen, I can't... There's a terminal down there that will remotely control this tank. Go and activate it. I cannot get involved in this. Listen, you selfish idiot. That girl is probably dead, if she was caught in the Crossfire. But something far more terrible is afoot. A demented maniac is on a rampage of slaughtering innocent people. If you sink the cruiser, we may all still have a chance to live. Do something good, while there's still time. Okay. Also wir sollen über dieses... Da hinten im Bunker über die Konsole sollen wir jetzt dieses Schlachtschiff versenken. Weil etwas Böses hier vor sich geht. Und das Mädchen, das wir suchen, also unsere Schwester... 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 Ist wahrscheinlich schon tot, weil sie ins Kreuzfeuer geraten ist. Mehr hast du nichts zu sagen? Da wei! Da wei! Gut. Was sind wir jetzt da runter, Köln? Wir haben ja alles aufgesammelt so weit. Aber ich kenn's ja noch von der Demo. Ihr vielleicht auch noch. So, was brauchen wir? Ähm... Ah ja. Okay. Alles zusammengegangen. The soldier on the beach. Right. I'm down in some shelter. Good job. Seems you still have a heart. Bastards. They told us we were coming here to free the monks. But when we got here, they ordered us to kill them all. How could we? But there isn't much time left. See that terminal beside you? It controls the tank you've seen on the beach. I see it. There must be a way to connect to the tank. There's a password somewhere. One of the dead soldiers had it. Maybe he wrote it on one of his notes. Will you find it? Type it in the terminal and follow the instructions. I understand. But listen. Why would we do this thing? What? I can't hear you. They're probably listening to our conversation. Just hurry up. Okay. Also... Wie auch immer können wir den Panzer mit diesem Terminal bedienen und sollen das Schiff versenken? Ähm... Ich schätze mal. Ich will das nicht rumschleppen ohne Grund. Na, gucken wir mal. Remote Control. Press Tab. Oh, wie war es denn? Tab. Remote Control. Enter Command Line. Okay, wahrscheinlich diesen Code, den wir... Ähm... Ah, wie war das noch? Wir müssen in den Documents gucken. Also entweder... CRB... CRBR4. Wahrscheinlich. Okay, versuchen wir es mal. C... Okay. Oder Oktober. Ok... 23. Dammit. Ah. Ok. Kein Benzin mehr. Kein Problem. Ok. Die seltsamen Aufgaben haben sich nicht verändert hier. Oh. Ok. Oh, ja. Keine gute Idee hier zu verweilen. Können wir das mitnehmen? Nein? Oh, ok. Ok, ich gehe ja schon. Schnell wieder in den Bunker. Ok, äh... Jetzt ist das Passwort. Control. Komm schon! Destroi den verdammten Kruiser! Ist das überhaupt nicht so? Du hast es geschafft. Das Schlagschiff sinkt. Gut gemacht. Gut gemacht. Ihr seht, also alles... This is legit, boah. Das ist tatsächlich Krieg. Ähm... Ihr seht, alles ein bisschen komisch. 20. September. 10 Uhr. Kommt back. Hurts like hell. It is not true, boah, right? They are trying to lure you into believing this nonsensical conspiracy. They are fanatics. Who in their right mind would believe that in this day and age someone would want to exterminate a community of defenseless monks? Seriously. There is scientific proof that in the Kolyma region there are surges of methane gas leaking from the ground almost each year. The huge explosions were caused by the gas suddenly catching fire. Not because of a military reaction. I know that some would like to believe that a norwayian society is upon us. But that is simply not the truth. What the hell? So they're trying to cover it up. And I almost got myself killed out there. I'm not even sure if what I did was after all the right thing to do. And I have no idea how to find Lyudmila or if something happened to her. Okay, also gerade am Radio haben sie gesagt, äh, Fernsehen, Radio, bin heute durch, am Fernsehen haben sie gesagt, dass das eine Verschwörungstheorie ist, dass das eine Militäraktion war und die Mönche töten wollen, sondern es ist einfach nur Gas, was aus der Erde ausgetreten ist und sich erzündet hat. Das ist die Wahrheit. Und wir wollen hier keinen Orwell, keine Orwellschen Überwachungsstaat hier aktivieren, äh, installieren. Alles Lüge. Okay, was ist denn mit? Eine unnormale Menge an Tabletten. Oh, hier. Wieder ein Zettel. Mom. Mom ist gestorben. Ich bin jetzt schon seit einer Woche alleine. Ich fühle mich schrecklich. Ich werde niemals diese Nacht vergessen. Es fing alles an mit einem schrecklichen Geräusch aus dem Wandschrank. Ähm, ich war gerade im Badezimmer. Ich bin dort hingegangen und das Licht flackerte, äh, die Glühbirne flackerte. Ich habe sie gesehen. Oder im Licht flackern der Glühbirne. Habe ich sie gesehen. Sie schnappte nach Luft. Ihr Gesicht war verzerrt in einer schrecklichen, mit einem schrecklichen Ausdruck. Ähm, ich, mir schlotterten die Knochen. Ich habe angefangen zu schreien. Das war alles, was ich tun konnte. Warum zur Hölle habe ich nicht ein Messer geholt, um dieses verdammte Seil durchzuschneiden? Oh mein Gott. Ähm, selbst jetzt stehen mir noch die Haare zu, im Nacken, auf, äh, und auf meinem Kopf. Ich habe nach Hilfe geschrien, aber niemand hat geantwortet. Niemand. Ich war alleine bis zum Morgen. Erst dann habe ich geschafft, mich von der Angst zu erholen und habe ich angerufen. Dann die Polizei. Erst dann, ähm, haben die Nachbarn ihre Köpfe durch die Fenster gestreckt. Neugierig, um herauszufinden, was passiert ist. Aber eine Sache werde ich niemals vergessen. Die Tür. Die Tür des Apartments war weit offen diese Nacht. Es sieht vielleicht aus wie ein unwichtiges Detail. Ähm, jemand denkt vielleicht, dass, oder, oder, vielleicht hat eine Mutter sie nur geöffnet. Aber ich habe ein, ein düsteres Gefühl. Diese Nacht war der Teufel persönlich in unserem Haus. Mein Brief, dann ist das Ludmillers Zimmer hier, würde ich sagen. Ah, so schöne Puppen, du. Unsere Mutter hatte immer etwas Mysteriöses in ihren Augen. Mein Vater hat sie zusammengebaut. Oh, Mann. Ah, okay, all diese Pillen müssen... Ah, das ist das Zimmer von Ludmilla. Ich muss hier, es ist noch ein Brief, den muss ich lesen, aber ich gehe erst mal ran. Hallo, Ludmilla? Ähm, nein, das ist Lazarus. Ich bin ihr Bruder. Herr Lazarus? Oh, danke Gott, dass du antwortest. Mein Name ist Laura. Ich bin Journalist in der lokalen Nachbarn. Aber, nicht so, ich habe nicht geholfen, um keine unkomfortvollen Fragen zu fragen. Das ist gut, zu wissen. Und, warum haben Sie geholfen? Du siehst, ich bin ein Freund von deiner Schütteln. Wir haben nahe, nach deiner Mutter zu Hause. Aber ich habe nicht mehr geholfen, für eine lange Zeit. Was bedeutet das? Sie haben nicht geholfen. Ich kam zu ihrer Apartment der anderen Tag, und sah die Entrance door open. Ich kam, aber es war keine Ahnung von ihr. Nur die Wohnung war örtet. Die Rest der Apartment war verletzt. Ist sie mit dir jetzt? Nein. Ich habe sie auf der Telefon ein paar Stunden vorhin. Sie sagt sie war in der Cemetery. Was? Das macht keinen Sinn. Warum würde sie gehen in der Cemetery an dieser Stunde? Es ist außerhalb der Stadt. Plus, das ganze Ort wurde von General Zotov verletzt. Hör, Herr Lazarus. Ich werde das gleiche überraschen lassen. Wir müssen wissen, was mit ihr passiert. Okay. Oh, die bewegt sich so gut. Die Animation ist echt super. Richtig cool. Die Katze sieht richtig... Also, sie sieht richtig echt aus, finde ich. Doch. Also, eine Reporterin hat uns angerufen. Und gemeint, dass sie im Kontakt mit unserer Schwester steht. Dass sie ihr von der Tür erzählt hat. Und wir haben ihr im Gegenzug erzählt, dass sie nicht da ist. Und dass wir sie eigentlich am Friedhof besuchen wollten. Das fand sie ein bisschen komisch. Weil da ja die Aktion mit General Zotov war. Die weiß jetzt anscheinend, dass das echt ist. Und keine Verschwörungstheorie. Warum auch immer. Und wir müssen uns sofort treffen, um die Sache zu besprechen. Auch, worüber sie und ihre Schwester, seine Schwester geredet haben anscheinend. So, hier ist aber noch ein Brief. Mein ganzes Leben... War ich eine... Was? Dossier? Keine Ahnung. Zurückhalten oder sowas. Obident and fearful person. Und eine ängstliche Person. Ähm... Vielleicht ist es Zeit, eine Veränderung durchzuführen. Ich habe in dem Schatten meiner Mutter gelebt. Äh... Für Jahre. Ich bin krank und müde. Ähm... Ich habe einfach die Schnauze voll davon. Äh... Jede Diskussion, egal wie sinnlos sie war, führt zu meinem Vater. Manchmal... Äh... Setze ich mich hin und frage mich, ob sie komplett durchgedreht ist. Verdammt, ich bin so müde. Ich habe sie so satt. Äh... Ich bin so satt... Ähm... Ähm... Zur Poststation geschickt zu werden und Briefe... Ähm... Nach Monasteries zu schicken. Ich weiß eigentlich, was Monasteries ist. Äh... Ich muss dir mein Ende setzen von diesem Krankenverhalten. Oder ich werde noch verrückt. Genau wie sie. Um ehrlich zu sein... Äh... Ich würde auch meinen Vater gerne sehen. Ich stelle ihn mir als weisen Mönch vor, der diese Welt hinter sich gelassen hat. Und wer weiß... Äh... Vielleicht hat er jetzt... Ja... Übermenschliche Kräfte oder sowas. Vielleicht ist er ein lebender Heiliger. Äh... Es klingt vielleicht naiv, aber ich glaube wirklich sehr stark daran. Selbst in diesen Tagen und diesem Zeitalter. Diese gemeine Welt kann immer noch Heilige hervorbringen. Ich habe Gerüchte von Vater Abraham gehört, dass mein Vater irgendwo in der Ukraine lebt. Ich, äh... Habe auf seinen Rat gehört und habe das Geheimnis für mich behalten. Ich will... Ähm... Kann mir nicht mehr vorstellen, was für ein... Skandal meine Mutter machen würde. Vielleicht würde sie sogar da hinfahren wollen. Ich glaube ernsthaft... Da... Dass... Also ich denke ernsthaft darüber nach, die benötigten Dokumente zu besorgen. Und mich auf die Reise zu machen, um sie zu suchen. Äh... Um ihn besser kennenzulernen. Um Frieden mit meiner turbulenten Kindheit zu machen. Wer weiß. Vielleicht werde ich am Ende sogar fähig sein, uns vier wieder zu vereinen. Und ein Ende dieser... Dieser verrückten Geschichte herbeizuführen. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Okay. Alles dreht sich mit dem Vater. So einmal noch mal Katzen streicheln. Äh... Kümmer dich in Scheiß hier, Katze, ne? Gut. Äh... Wir... Okay. Wir müssen uns... Oh Gott. Das sieht ja nicht gut aus hier. Was zum... Was zum Teufel. Das ist eine verdammte Tür. Will einfach nicht aufgehen. Jetzt mit Anlauf. Ob das so gut ist. Hat mal jemand Insekten-Spray? Verdammt. Ich hänge fest. Leute, mein Rücken tut so weh. Ich bin grad... Ich bin grad mit dem Rücken... Ich bin grad mit dem Rücken... An so ne Kinderwerkbank geknallt... Als ich mein Kind ins Bett gebracht hab. Also so ne... Weißt du? So ne Werkbank. So. Werkbank halt. Für Kinder. Zum Spielen. Holy shit! Was machst du in meinem... Was machst du in meinem Klavierzimmer? Ach, du bist Ludmilla? Oh Gott. Ich war schade, dass ich dich verloren habe. Hilfe! Hilfe! Lazarus, Hilfe! Bleib ruhig. We need to get to the closest... No! God! What on earth is that? Ah! What the devil? Oh my God! Stay back! Just look away! Oh! Leichen im Keller! Oh mein Gott! Was zum Teufel? Oh mein Gott! Sieh nicht hin! Das ist Ludmilla, unsere Schwester. Warum hast du Kerzen in der Hand? Oh mein Gott! Deswegen haben die Nachbarn... Waren die Nachbarn so laut? Da ist ein Video-Tail. Ich muss mal gucken. Aha! Dieses Ding hat die ja verzehrt. Oh, was haben wir hier? Das ist alles blutüberzogen. Ah, die Pizza! Geil! Nice! Was zu essen! Ihr braucht die ja nicht mehr, oder? Hm. Die Körse sind frisch. Sie mussten nicht lange vorgekommen. Das ist tief. Das ist stürzend. Was könnte so eine Menge Blut causen? Was zum Teufel? Oh mein Gott! Was ist das? Die Leichen sind noch frisch. Sie müssen jetzt kürzlich gestorben sein. Ruft die Polizei. Können wir nicht den Hammer nehmen und es totschlagen? Ich hätte das gerne. Ich will immer noch die Pizza. Die ist unangerührt. Play when ready. I don't have a tape. Okay, ich habe kein Videotape. Okay. Wir haben... Wir sind fertig, das Equipment in ihrem... Ja, wir haben letzte Woche... Wir sind letzte Woche fertig geworden, das Equipment in ihrem Apartment zu installieren. Unser Sohn, Zivko, hat mir dabei geholfen, das Mädchen aufzuspüren. Ich würde nicht sagen, dass es irgendwas Besonderes an ihnen sind. Ihr Leben ist ziemlich langweilig, aber wie auch immer, wir werden einen wöchentlichen Report abliefern. Wir haben die Ehre, so einen großen Dienst an unserem Land zu haben und wir schwören, dass wir ein Auge auf jede verdächtige Aktivität werfen, die erscheinen. Marc, ähm... Ähm... Was? Da wir... Da wir auch noch... Ähm... Ja... Ein illegales Geschäft in der Erwachsenen-Filmindustrie haben, ist jetzt ein weiterer Beweis... Dass, ähm... Ja... Hostile People, keine Ahnung. Äh... Dass einige Leute niemals wollten, dass wir von Rumänien nach Serbien gezogen sind. Unsere Aufnahmen sind sauber und wir können nichts verstecken. Wir brauchen nichts zu verstecken. Äh... Wir beweisen unsere unsterbliche Loyalität der Partei und dem neuen Regime. Und wir sind willig, äh... Ja... Dafür zu bezahlen, ähm... Von dem neuen Geld unser Überwachungsequipment zu bezahlen. Das, äh... In dem ganzen Apartmentgebäude aufgebaut ist. Einfach nur, um es einfacher für den Dienst macht, die neuen Gesetze, ja, auszuführen. Bla, bla, bla. Die Partei kann zur Hölle gehen. Unten drunter sehe ich, äh... Einige Schimpfwörter und Kaffeeflecken. Ähm... Es ist... Sicher, dass sie, ja, damit gerungen haben, diese ehrlichen Wörter herauszubringen. Okay, so eine Art... So eine Art Geständnis. Wahrscheinlich wurden sie zu einem Geständnis gezwungen. Oh, was ist das denn alles hier? Food Productions. Lecker Zeug. Ah, sieht lecker aus. Wie wüssten wir mal, lebt hier, ne? Kekse, Waffeln. Keine Ahnung. Okay. Können wir sonst noch was? Ein Hamsterkäfig. Ja. Hier endete die Demo übrigens. Das heißt, für mich ist das jetzt auch alles neu. Die Wohnung wird wahrscheinlich genauso aufgebaut sein, wie unsere Wohnung. Oben drüber. Oh ja, ready. Wir informieren Sie, dass unsere neighbors von above, Martha und ihre daughter, Ludmilla, noch immer aufhörteren Aktivität gegen die Lande. Mit dem equipmenten Sie gefordert haben, wir haben die Informationen über ihre Reaktionen während der letzten vier Monate. Wir sind absolut sicher, dass die zwei von ihnen ein wichtiges Geld für die Orthodoxe verabschiedet hat, die von Vater Abraham für die Konstruktion des neuen Kathedrons. Auch wir informieren Sie, dass in den Intercepted-Delavour-Calls Martha hat Diskussionen mit dem Priester, in dem sie denigraten der rumanischen Staat und der neue politische Regime. Ah, okay. Also, sie wurden überwacht, weil sie angeblich Verräter sind, weil sie Geld an die Kirche gespendet haben. Diesen Vater Abraham. Und das gefällt denen überhaupt nicht. Also, anscheinend haben die was gegen die Kirche hier. Was zum Teufel ist das? Ein Weihnachtsbaum. Nein, das ist unsere Wohnung. Okay. Hundefutter. Haben Sie einen Hund? Ah, okay. Ah. Party with Ramona. Erwachsenenfilmchen. Feigling. Sehr schön. Sollen wir das angucken? Ich denke schon. Wenn es zu schlüpfrig ist, muss ich es wahrscheinlich zensieren. Da bin ich vorsichtig geworden. Falls ihr euch fragt, wo die ganzen Lust for Darkness, Lust from Beyond Sachen sind, ich habe da einen Strike für gekriegt. Letztes, vor ein paar Monaten. Oder letztes Jahr. Anfang des Jahres. Angeblich wegen sexueller Inhalte. Dabei war ja alles zensiert und so. Das war quasi nur erwähnt. Deswegen, ja. Müssen wir aufpassen mit solchen Dingen. So. Ach so, hier. Ich habe da jetzt ein Video. Ich habe no items invented. Oh. Es ist ein Collectible gewesen. Was? Ich war verknallt in dieses Mädchen, als es ein Kind war. Damals, als ich ein dummer Teenager war, war dieses Mädchen Ramona. Ein Jahr älter als ich. Die mit uns abgehangen hat. Sie war die erste von einer anderen Gruppe, die ja in die Pubertät kam. Wir Jungs haben angefangen, Spaß darüber zu machen, wie sie einen BH-Tug tragen würde. Aber eines Tages, als wir selber größer wurden, haben wir angefangen, wie heiß sie eigentlich ist. Und ja, wie toll Brüste sind, wenn sie springen und sie rumgerannt ist. Wow. Unvermeidlicherweise haben wir angefangen, uns Geschichten über sie auszudenken. Wie sie mit älteren Jungs rummacht. Selbst ausgedachte Abenteuer haben wir uns ausgedacht, mit ihr ausgedacht. Die hat sich langsam von der Gruppe abgekapselt und ist zu der Person aufgewachsen oder geworden, die wir quasi aus ihr gemacht haben. Ihre Art des Redens, wie sie sich angezogen hat und wie sie sich verhalten hat, hat sich geändert. Was? She didn't give any of the boys. Also sie hat keinen der Jungs aus unserer Gruppe Zeit des Tages gegeben. Also sie hat sich mit denen nicht mehr aufgehalten. Und deswegen wollten wir uns noch mehr mit uns, mit ihr aufhalten oder beschäftigen. Eines Tages nicht lange, bevor ich zu Hause verlassen habe, habe ich sie in einer dieser dunklen Gegenden in der Nähe unseres Blocks getroffen. Oder Straßen unseres Blocks. Es war spät und es war keine andere in Sicht. Ich habe sie von hinten gegriffen. Sie hat sich umgedreht und hat versucht, mich zu hauen oder zu schlagen. aber ich habe ihre Hand aufgefangen und habe sie in den Zaun gedrückt. Ich habe sie gegen ihren Willen geküsst. Sie hat versucht, sich zu wehren, aber dann aufgehört. Stattdessen hat sie mir gesagt, ja, hat sie mir mit Ekel gesagt, dass ich keine Idee habe, was ich hier tue und dass ich wie ein kleiner Junge küsse und nicht wie die Männer, die sie schon vor mir hatte. Es hat mich gestört, aber ich hatte das Gefühl, dass hinter ihrer Maske der Selbstsicherheit Angst hatte. Ich bin zurück. Ich habe sie losgelassen und bin dann gegangen. Sie hat niemals wieder mit mir geredet nach dieser Sache. sie wurde niemals wieder von irgendjemandem erwähnt und ich habe sie immer vermieden. Ich habe mich wie ein Stück Scheiße benommen und sie wusste es. Ich war viel zu feige zuzugeben, was ich getan habe. Okay. Ja, nicht so schön. Nicht so schön, Lazarus. Also, das Video können wir nicht gucken. Gut, gut. Was können wir noch machen? Miller? Miller! Achso, ich soll noch Hinweisen suchen, was hier wohl passiert sein könnte. Okay. Das haben wir gesehen. Ich habe kein Tape. Okay, vielleicht finden wir das noch. Warte mal, wir können bestimmt. das können wir immer noch nicht nehmen. Gibt es hier vielleicht noch? Don't have a tape. Duckfood. Also, so viel zu finden gibt es doch hier eigentlich gar nicht mehr, oder? Oh. Ich wollte mich ducken, um dann vielleicht noch mehr zu sehen. Oh, hier. Okay. Magnetband aufgenommen. Können wir sonst noch was nehmen? Ja, das können wir noch nicht nehmen. Brauchen wir bestimmt später. Hören wir uns erst mal das Magnetband an. in den Jahren. In den industrie wird explodiert. Aber es ist nicht genug einfach zu filmen boring und prädiktable scenen mit actors mit viel Geld. Wir müssen innovieren. Wir müssen die Pioniers der neuen Titanon sein. An obszene und skanderer Form von Art. Secretärer Film, conditioning die so-called actors. Confused? Let me explain. Was wir produzieren? Erotische Filme? Wer sind die actors? Simple Leute, die keine Ahnung von unseren Intenten. Wie viel wir sie bezahlen? Almost nichts. Wir haben nur ein paar Fähigkeiten gegeben. Wie filmen wir? Das ist woher Dinge geteilt. Wir schiefen sie. Unsere größte Prozesse ist die mit unseren Nachdenken von oben. Wem wir spien auf für ein paar Jahre. Oh, sie ist so naief. Poor little Mewa. Sie hat keine Ahnung was, was sie sich selbst verabschiedet hat. Wir haben eine Veranstaltung zur Aufmerksamkeit. I must admit that she was one of the best girls I have ever worked with So full of surprises So desperate to get what she wants Who knows Perhaps I'll even keep my word And give her what I've promised Or not Okay, also Kommen wir gleich Um das nochmal zu übersetzen Scheinbar drehen sie Erotikfilme und müssen jetzt Eine neue Art der Filme machen Indem sie Überwachungskameras in der Nachbarwohnung Platziert haben Und Ludmilla wusste aber irgendwie davon Weil er hat ihre Versprechung gemacht Aber es ist trotzdem Der beste Film den sie je verkauft haben Und vielleicht gibt er ihr Was sie wollte Sehr, sehr, sehr abgedrehte Story Irgendwie, Ludmilla was ist los? Hallo? Oh ich bin wieder oben Aha Okay Oh da kommt nicht weiter Ludi Ludmilla Are you in there? Listen You're not safe It doesn't matter anymore Why do you care? You've been away for years Just open the door Ludmilla We have to leave Leave me alone God damn you crazy girl Okay Ludmilla hat sich Wahlzimmer eingeschlossen If you don't come out I'll break down the door Careful Mr Lazarus My friends from the police department Know I'm here You don't want to do anything stupid This is crazy Who the hell are you And how did you get in Language Mr Lazarus We talked on the phone Die Reporterin Open the door And show us all what you've done Was No No This is not possible I just talked to her A few moments ago No Okay Da lag ein Videotape neben dir Okay Wo ist sie denn? Ach da Okay Hello Good evening This is Father Abraham Marcus May I speak to Miss Ludmilla I'm her brother Lazarus Unfortunately Ludmilla is Tod She's dead Father God have mercy I've had this feeling of uneasiness Ever since your mother passed away We need to talk in person Phones are not safe anymore I'll come by the apartment Okay Thank you for being here Father It's a lot of As much as I hate it I must confess to you That this place bears deep and old wounds I've known your family for years And I've learned a lot of things in time But most of them were told to me During confession As a priest I took an oath not to divulge such secrets It's fine Your presence here brings us a bit of comfort And that's enough for now Take your time And gather your thoughts Mr. Lazarus In the meantime I'll read some prayers For the departed Okay Also Der Pfaff ist jetzt auch noch da Wir haben gesagt Dass Ludmilla tot ist Und er Kennt halt viele Geheimnisse Aus der Beichte Und hat sich das irgendwie schon gedacht Oder so Wir müssen jetzt erstmal Unsere Gedanken sammeln Und in der Zeit Liegt er ein paar Gebete Ich verstehe das alles nicht Mit der Mit der Reporterin Scheinbar haben wir jetzt Unsere Schwester umgebracht Sie scheinen uns ja irgendwie erwischt zu haben Quasi Will aber auch unsere Geschichte hören Was passiert ist Oder was hier Was hier vorgefallen ist Ist alles ein bisschen komisch So Ja Ich würde sagen Wir machen jetzt hier Break Und in der nächsten Folge Spielen wir dieses seltsame Spiel weiter Das doch irgendwie ganz interessant ist Finde ich Man will ja doch wissen Wie es weiter geht Aber es ist schon Es ist schon ein bisschen abgefahren Irgendwie Bisschen komisch Und Ja Das Videotape im Badezimmer Wollen wir uns ja auch noch angucken Also dann Ich hoffe ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao Hey ich wünsche euch Herzlich willkommen zurück Zu Last Days of Lazarus Ähm ja Der Pfaffe steht hier bei uns Im Wohnzimmer An Weihnachten Und ähm Unter uns Unter uns ist diese komische Wohnung Wo auch alles voll ist Mit diesem komischen Glibber Zeug Und ich weiß gar nicht Ob ich jetzt hier Ob ich den noch ansprechen kann Oder so Kann ich Kann ich Mit dir reden Der hat aber auch so eine schöne So einen Schönen Kerzenständer Was ist das für ein Ding Hatte ich das nicht schon Meine lieben Kinder Ich bin allein Ich habe Schmerzen Ich bin alt Ich fühle mich Als ob mein Kampf bald vorbei ist Aber ich fühle immer noch Ähm In der Tiefe meiner Seele Dass ich Nicht meine Augen schließen werde Bevor ich nicht meinen geliebten Wladimir Noch einmal umarmt habe Ich werde niemals verstehen Warum er getan hat Was er getan hat Der Glaube in Gott Äh Hat mit seinem Verstand gespielt Welche Art von Mann Vater von zwei Kindern Verlässt seine Familie Und geht in ein In den Monastery Ah Das ist ein Kloster Und geht ins Kloster Mein Mönch zu werden Ich glaube auch an Gott Ja Ihr wisst das Ähm Es ist nicht einfach nur Show Dass ich Ikonen An die Wand hänge In meinem Haus Es ist nicht Einfach nur Weil ich langweilig bin Dass ich zur Kirche gehe Es ist nicht Weil ich nichts Besseres Zu tun habe Als das Und ähm Ja Ähm Diese Dinger zu verbrennen Den ganzen Tag In Cents Ich denke mal Räucherstäbchen Oder so ein Scheiß Vater Abraham Kennt mich sehr gut Er kennt auch Deinen Vater Aber Sag nicht ein Wort Warum Lieber Gott Äh Verstehst du mein Leiden Du verstehst mein Leiden Oder Ich bin so nah Bei ihm Und doch sofern Lieber Gott Hör meine Gebete Bring Wladimir zurück Nach Hause Zu seinem Äh Zu seiner Ehefrau Und seinen Kindern Zusammen Werden wir Dir Ein Kloster bauen Wie kein anderes Mom Okay Gerade eben war in der Schreibmaschine noch was anderes Da waren diese Diese Poems Keine Ahnung warum da jetzt Wieder was Neues ist Aber wir haben auf jeden Fall Die Collectivates hier Die Icons Die Documents Das sind sogar alle Documents in dem Chapter Okay Okay gut Ähm Ein Videotape lag noch Auf der Auf dem Klo Wo unsere Schwester Jetzt tot war Aber ich glaube Wir können auch noch mal Hier Dinge entdecken Beziehungsweise noch mal Den Fernseher anmachen Increasing Unacceptable Es ist eine well-known Praktise This is I most impossible To obtain We have Countess And complaints About these This is Inadmissable This issue is well known To the president Who chose The populist measure Precisely to buy our freedom This 70% was offered to us In exchange for freedom And we Accepted it We voted for a new dictator From my point of view This is a death sentence This is the truth Just wait for what will happen In the next few days Okay Da wurde jetzt noch mal Das neue Regime beklagt Äh Ich weiß nicht 70% mehr Einkommen Aber dafür darf man Die Grenze nicht verlassen Habe ich das richtig verstanden Das ist so irgendwie Ja Auf jeden Fall Sieht es nicht so aus Ob die Leute das wollen Einen neuen Kommunismus aufbauen Äh Da haben die ein bisschen Angst vor So Hier ging es jetzt nicht mehr Dann schauen wir mal Oh fuck Hier kommt man auch nicht mehr durch Oder da Ne Dann schauen wir jetzt mal Auf dem Klo nach Ob wir diese Videokassette finden können Ich glaube hier können wir nur runter Ich glaube hier können wir nicht spielen Ne Ich weiß gar nicht Ob man überhaupt hier hinkommt Doch das geht Kann man hier irgendwas öffnen Nachgucken Ich bin hier mal so neugierig Das sieht nicht danach aus Wir kommen dann nur in die untere Wohnung Oh diese Puppe Die ist auch ziemlich gruselig Ja den hatten wir schon Hatten wir schon Hatten wir schon Können wir mit ihr nochmal reden hier? Oh sie hat einen Computer Deine Kamera Ach die liegt jetzt da Was? Was? Die Verstümmelung ist quasi unmenschlich Und sie meinte jetzt Du hättest deine Mutter sehen sollen Die sah so ähnlich aus Es ist quasi nicht menschlich Was ihr angetan wurde Kann ich noch ein Foto machen? Die Eisenbahn haben wir uns schon angeguckt Ja ja das weiß ich Aber warum ist jetzt Warum glaubt uns diese Reporterin? Warum ist unsere Schwester tot? Vielleicht kann dieses Video helfen Ludmilla Das ist vielleicht das was sie Was sie drehen musste Was der Typ von unten gesagt hat Was ist der Überwachungs Erotik Porno Film Was auch immer Warum ist das kaputt Okay ein Teil des Waschbeckens Jetzt sieht es aus Ob ihr Kopf daran zerschmettert hat Oder lagen noch Zähne Und die Reporterin meinte jetzt Ja Sie hat niemals geglaubt Dass unsere Mutter Sich erhängt hat Aber was hat das damit zu tun? Oh hier ist wieder der Mascherbesen Schön Okay Da ist noch zu So Ich verstehe Wir haben 5 mehr Minuten Okay Wir sprechen von Vater Abraham Okay Jeder kennt ihn Aber nicht jeder kennt ihn über seine Vergangenheit Das ist wichtig weil du Du sicherlich ihn Lieber Lieber Mitglied Änderungsstrukturen Just by looking Out the window We can all See the church Where this individual Serbs That blue building With the golden roof That cost us The taxpayers A fortune This man Er hat es gut zu hören. Some of you may not know that the Roman Catholic priests are not allowed to get married, but you know what he did? He had an affair with a woman, and she ended up killing herself after. How convenient. Now about the son. At that time, the press said the boy was just the victim of a car accident. Again, how convenient. After giving up the priestly clothing of the Roman Catholic Church, Abraham moved to Romania, where he discovered Eastern Orthodox Christianity, and chose the path of monasticism. He is now, as you may know, a hieromonk. That is, I understand, both a monk and a priest, being highly appreciated by the faithful. Yet again, what a convenient turn of events. Don't you see a pattern? This man sure knows how to get whatever he wants. So that is his story. What's my opinion of him? This man is no priest. He is a fraud and worst of all, a murderer. He is a man that got away with murder. That was so grob the story of Grey Dawn. It was about the priest, who had a mother with a mother, a child, and later this child lost him by a car accident. And that was his father Abraham. He is now coming from Romania. He is now living as... He has a name. He is a mix of Mönch and Priests. He must then be in his house, in his own house. That is the father Abraham. Also, he is here. He is here. This must be the figure of Grey Dawn. He came from originally from England. So. He has known the Western Orthodox Christianity and loved him. And he is now a Orthodox priest. Oh, he does not exist. O Lord, the Lord, said Martha, a sister of the dead man, for his time there is a bed or a door. For he has been there for days. Then Jesus said, Did he not tell you that you will believe you will see the glory of God? So they took away the stone, then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! The dead man came out, his hands and feet wrapped with stripes of lime and a cloth around his face. Cloth, cloth, glaube ich, cloth. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Ah, okay, es geht um einen Lazarus, den Jesus anscheinend wiederbelebt hat, der aus einer Grabhöhle auferstanden ist, von den Toten und wieder umherwandelt. Die letzten Tage von Lazarus. Und so heißen wir auch. Und weil die Mutter gläubig ist, heißen wir wahrscheinlich so. Aber was das jetzt, was jetzt, wie das jetzt irgendwie auf unsere Geschichte passen könnte? Ich habe keine Ahnung. So, Video rein. Mal sehen, was wir hier finden. Ich sehe mir das nicht an. Wie ist meine Schwester nur mit diesen Menschen in Kontakt gekommen? Haben sie sie ermordet? Wie einfach alles ignoriert wird, dass hier diese komischen Viecher stehen. So, kann ich das jetzt aufnehmen? Ich kann es immer noch nicht aufnehmen. Okay, okay. Okay, muss ich vielleicht wieder hoch? Nochmal mit der... Mit der reden? Ah ja. Oh, da war sie jetzt. Okay, I love it. Okay, wir machen uns auf den Weg, unseren Vater in diesem Kloster zu besuchen, das er vor acht Jahren, ja, besucht hat. 21. Dezember, frühmorgen. Ostenau-Kloster. Wenn ich auf den Monastery Grounds bin, bin ich auf dem Monastery Grounds bin. Ich habe meine Fahrt hinterher und habe mich entschieden, um zu gehen. Ich bin noch nicht zu verstehen, dass meine Schwester ist tot. Aber dieses frische Mountain air macht mich sehr... ...oddlich comfortable. Ich hoffe, dass ich wirklich ein paar Beispiele für mein Vater hier finden. Ich habe mir gedacht, dass ich mich in so einen Platz hätte in diesem Ort. Aber ich muss mich weiterentwickeln, um meine Schwester zu gehen. Es ist das Least, ich kann machen. Looking nach jetzt zurück, ich habe sie geplantiert, wenn sie mich am besten. Ich war ein Selbstverkund. Okay, er versucht das zu machen, was seine Schwester machen wollte, weil er sie in ihrer schlimmsten Situation im Stich gelassen hat. Ja, wir hoffen, dass wir zumindest Hinweise hier finden. Ob wir unseren Vater wirklich finden, wissen wir nicht. Wenn wir entschlossen zu Fuß zu gehen und die kühle, frische Bergluft macht uns ein ungewöhnliches, gutes Gefühl... Und da steht ein Engel. Hallo, Engel. Ist schon cool. Wer bist du? Da hängt jemand. Was zum Teufel? Wer wird da so eine Sache tun? Aber wenn ich nicht der Vater... Okay. Müssen wir uns ganz genau umgucken. Hinweise finden. Vielleicht auch wieder Briefe. Habt ihr was gesehen? Ich dachte, ihr Raben seid allwissend. Allsehend, meine ich. Wow. Also es ist quasi eine große Kirche. In der Nähe der Kirche soll eine Kapelle sein, wo unser Vater öfters betet. Oh, fuck. Ja, hier... Was zum Teufel? Wurde brutal ermordet, dass etwas zutiefst zerstörendes in diesem Ort. Oh. Hubschrauber. Friedlich und mörderisch zugleich. Ah. Zumindest einer hat überlebt. Habt ihr die Schätze hier geklaut? Aus der Kirche? Seid ihr irre? Es ist der selbe Typ. Sie haben von General Zotow, die Kolima zuvor. Und hier ist es. Es scheint, dass seine Mannschaft hierherrn ein paar Jahre alt sind. Sie verletzten alle die Monarchen nach dem ihren eigenen Garten, bevor sie in den Kopf schießen. Exekutungen. Like in den Zeiten der Sowjetische Revolution. Sie verletzten den Monasteri Lehrer, und zeugen sie als ein Trophy. Als ich hier der Nacht kam, sie schlaufenen, ihre Fäufe zuvielfüllen. Unlück für sie. Okay, das ist unser Freund von dem Schlachtschiff. Und, ähm, er ist quasi hierhin gekommen. Und die Soldaten, die hier waren, sollten auch wieder die Mönche, also General Sotov war nicht auf dem Schiff und hat überlebt. Hier waren wieder Soldaten, die die Mönche abschlachten sollten. Und die Mönchen mussten ihre eigenen Gräber graben, bevor sie exekutiert wurden. So wie in Sowjetzeiten. Und, äh, danach haben sie hier gefeiert und haben sich betrunken. Und das war seine Chance, wir hatten alle ermordet. Also er ist quasi Saboteur, nee, nicht Saboteur. Wie heißt das, das andere? Ich kann doch Gitarre spielen. Ähm, Fahnenflucht und kämpft jetzt gegen die Soldaten. So. Oh. Okay, wir sollen, äh, wir sollen was um die Wunde zu bedecken finden. Und auch was gegen die Schmerzen, weil... Er hat ihm sein Messer quasi in den Bauch gerannt und wollte ihn beim Sterben und Ausbluten zusehen. Ja, guck mal, ob wir was finden, ne? Versprechen kann ich nichts. So, hier ist zumindest, hier sitzt noch einer. Äh, hier saß einer. Ist der mit der Gabel ermordet worden? Was haben wir hier? Ah, okay, Patches. Ah, und Medizin. Alles klar. Eine Spritze. Okay. Sonst noch was? Morphine. Ah ja, alles klar. Alles klar. Okay. Wir haben Morphium. Und wir haben Wundverbände. Hier sind noch Supplies. Komm hier durch. Sieht nicht so aus. Wir brauchen einen Schlüssel. Okay. Helfen wir erstmal den Soldaten. Auch wenn er der Böse ist. Ich bin trotzdem weich. Aber zumindest kann ich versuchen, dass ich jetzt wieder kämpfen kann. Hör, du musst mir eine Schmerzen finden. Ich weiß, es klingt eher grimm. Aber wir müssen diesen Dementen-Mörderer wegnehmen. Bist du sicher, dass du jetzt eine Schmerzen benutzen kannst? Es ist ihn oder wir. Unless du ihn selbst schüttest. Ich habe keine Wahl. Find mir eine Schmerzen. Die Frage ist, sollen wir ihm jetzt überhaupt eine Waffe bringen? Ach nee. Das ist der, der hier war, oder was? Er hat ja irgendwie eine andere Stimme. Okay, wir haben einen Schlüssel. Und einen Text. Sie haben sich mit dem Lagerfeuer versammelt. Und haben alle wertvollen Dinge gezählt und indiziert, die sie aus dem Kloster gerettet haben. Ja, erbeutet haben. In diesem Morgen haben sie den ältesten Mönch erhangen. Sie haben gesungen und haben Schnaps getrunken. Sie haben ihre, ja, das, was sie getan haben, gefeiert. Mein Blut kocht. Mit Hass, ähm, vor Hass auf sie. Also mein Blut kocht vor Hass auf sie. Ähm, und all dieses, ähm, diese Blut, ähm, dieses Blutbad nur für Gold. Ähm. Ähm, ja, schuld daran ist quasi ihre Partei. Das Gold kann eingeschmolzen werden und kann den Armen gegeben werden, sagen sie. Äh, den Soldaten wurde gesagt, dass die Menschen Goldbarren erhalten werden. Ich weiß, ich bin halb verrückt. Aber noch nicht so desillusional wie die, um das zu glauben. Was auch immer, General Zotovs, ja, äh, Absicht ist mit so viel Gold. Es ist sicherlich nur für, für seine eigene Agenda gedacht. Vielleicht braucht er es, um irgendwas herzustellen. Ich mache mir Sorgen, ich mache mir später darüber Sorgen. Jetzt muss ich darüber nachdenken, wie ich, äh, diese armen, äh, ja, armen, schutzlosen Männer rächen werde, die durch, durch die Hände von diesen brutalen Menschen abgeschlachtet wurden. Kugeln? Zu einfach. Sie verdienen etwas mehr Spektakuläres als einen schnellen Tod. Oh, eine Axt. Die will sich, ähm, vielleicht gut machen als totes Outfit von diesen mutigen Männern. Ja, ich habe auch, ähm, eine Kreissäge irgendwo in der Nähe gesehen. Ich glaube, ich werde etwas Besonderes vorbereiten. Äh, etwas Privates. Ähm, den, die, ähm, die das Seil um den Hals des Alten gemacht haben. Äh, irgendwie so. Okay. Gut, ja, eine Waffe brauchen wir jetzt. Ach, dann ist das der von der Gitarre. Das habe ich nämlich gecheckt. Ich dachte, da sitzt ein anderer. Gut, wo kriegen wir eine Waffe her? Ja, aber wir haben einen Schlüssel. Wir könnten jetzt da rein. Da geht es sicherlich zur Kapelle. Oder wir gehen hier hoch zur, zur Kirche. Da ist auch wieder dieses Mädchen. Ich gucke mal, was hier noch ist. Hm. Bist du ein Engel? Sieht schon aus wie so ein heiligen Bildchen, ne? She's fucking gone. Ah. Oh. Der Schlüssel war hierfür. Das war ein wilder Bach. Wobei weiß ich, dass er mich nicht auftöten wird. Okay. Jetzt nehmen. Nein. Guck mal, die ganzen Goldmünzen. Edelsteine. Ich glaube, ich muss zurück. Oh, er ist tot. Oh, er ist tot. Kill ihn. Because for a moment, it looked like you'd be dumb enough to give him a weapon. But I'm a forgivable person. Now, take his fancy equipment. Listen, I don't know what you're up to, but don't include me. Like it or not, we are now in this together. You destroyed that cruiser, remember? You're up to your neck in all of this. And whatever you came here to do, you need me. Damn you. Okay, also. Es war doch nicht derselbe. Der war irgendwie weg. Er hat ihn jetzt abgeknallt. Meinte, ich bin ja wohl blöd, ihm eine Waffe zu geben. Wir stecken da jetzt gemeinsam drin. Weil ich ja auch diesen scheiß Cruiser da abgeschossen habe. Okay, ein Funkgerät. Ein Schlüssel. Mehr können wir nicht nehmen, ne? Okay, ja. Kann ich jetzt die Waffe holen? Für mich vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir dann da durch das Tor. Da ist dann der Schlüssel für hier. Ich wusste es. Okay. Nicht so schlimm. So, dann komm mal, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt mitkommen soll. Keine Ahnung. Hey, listen. I think I saw someone. A little girl. This makes no sense. I'm going to check it out. Hört zu. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Ein kleines Mädchen. Das ergibt keinen Sinn. Soll uns das mal ansehen. Okay, ist eine Brücke. Oh, das ist der Typ mit der Kreissäge. Kommen wir nicht rein. Das Ding ist verkabelt. Scheiße. Okay, okay. Äh, ich komme gleich wieder. Ich gucke erst mal, was hier noch so rumliegt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob meine Entscheidungen auch einen Einfluss darauf haben. Also, was wir so tun. Ich gehe jetzt rein. Ach, dafür gibt es hier doch bestimmt was Tolles, oder? Ja, guck. Da haben sie einen Mönch aufgehangen. Stolz wie Oskar. Okay, hier gibt es nichts. Egal. Oh, doch. Was ist das? Ein Powercore. Okay. Ein, 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 ein Kern. Ein Powercore. Sieht aus wie dieses... Warte mal. Das sieht aus wie dieses Teil von Iron Man. Weißt du, was da sich hier so... Okay. Documents. Können einige Documents finden. Collectibles. Da haben wir so viel noch nicht gefunden. Drei Stück erst. Ich weiß gar nicht, wie viele Collectibles es gibt. So. Können wir sonst noch was nehmen? Hier ist eine Waffe noch. Noch mehr Messer. Okay. Mal sehen, was wir mit diesem Powercore machen können. Möchte ich irgendwie ins Auto einsetzen oder so. Da ist das Mädchen wieder. Macht sie irgendwas? Sie hat so eine Art Ball... Also Lichtball in der Hand. Verdammt. Ah. Da kriegen wir bestimmt ein Collectible. Aber wo finden wir einen Schlüssel? Kann ja eigentlich nicht weit sein. Vielleicht hier irgendwo. Da ist sie wieder. Okay, dann geh ich hier lang. Okay. Ich weiß nicht. Okay. Der Armee von General Zotov ist nahe zu uns. Sie sind für Gold, großartig. Sie haben alle die Monken und Bezüge in der Stadt gebracht. Und sie haben... ...hideous creatures mit vier Arme. Was? Du musst mir helfen. Wir müssen sie töten. Absolut nicht. Wir müssen. Nach allem, was du gesehen hast, wirst du noch was ich sagen? Verdammt, glaub ich mir. Ich bin nicht verrückt. Was war das denn? Okay, also... ...da wird es jetzt gefährlich. Und da sind irgendwie so vierarmige Dinge. Und wir sollen sie alle töten. Ich guck erstmal hier, aber hier ist das Mädchen. Hallo Mädchen. St. Alvona of Rosennath. St. Alvona was canonized. Und... ...weiß nicht, was canonized heißt. Am 26. September 1988. Ähm... Mit dem Alter von 12. Mit nur 12 Jahren. St. Alvona ist gestorben, nachdem sie ein kurzes Leiden hatte, das durch ein Trauma erzeugt wurde. Ihr Körper wurde zum Kloster gebracht, über das Wasser von Rosennau River. Aus den oberen Regionen von den Branendörfern. Äh... Sie wurde jetzt zur Ruhe gelegt, von den Mönchen. Und... ...schon bald hat ihr... ...nicht... Ön... ... Sponge. Oder ihr nicht zerstörter Körper angefangen, Wunder zu wirken. St. Alvona of Rosennoth. Pray to God for us. Oh, eine Glocke. Ok. Ja, doch. Nehm ich mal mit, ne? Why not? Sieht irgendwie wie so ein Geheimdang aus, ne? Schön ist es ja. Ist das nicht da, wo diese Anfangsszene war, wo die Schwester stand? Mit diesem gekillten Hasen? Ich kann nicht springen. Ich muss gut aufpassen, was ich tue. Das könnte so eine kleine Kapelle sein, die ist aber zerstört. Vielleicht die Kapelle, wo mein... Vater immer betet. Oh, da können wir runtergucken. Oh. Ich drücke immer C, weil ich ducken will. Aber hier gibt es kein C. Hier gibt es kein ducken. Okay, hier kann ich nicht her. Das wäre ja auch zu einfach. Was? Was? Wo muss ich hin? So. Jetzt haben wir es gleich. Warte. Nein. Hier geht es lang. Glocke. Hoch. Okay. Glocke. Glocke. Hm. Strange. Seltsam. Blumen. Also die Glocke muss hier hin. Er. Ja. 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 Okay. Ich denke mal, die müssen alle in diesen Regen hängen. Aber wir können nur dreimal dran ziehen. Zweimal. Eins. Zwei. Eins. Eins. Also das zieht das hoch. Das zieht beide runter und das zieht das wieder hoch. Aber das kommt nicht da rein. Warum nicht? Ah, verstehe. Verstehe. Also sie dürfen nicht drüber und nicht drunter sein. So ist okay. Ja! Das Unnatürliche ist an diesem Blättern. Äh, okay. Sind sie jetzt gewachsen hier? Okay, ich vermute mal, wir müssen hier noch eine Blume finden oder so. Eine Blume. Oh! Was zum Teufel? Ach, das ist das Grab der Heiligen oder was? Können wir den Motor einsetzen? Okay, ich schätze mal, wir müssen später noch mal hierhin zurückkommen. Wenn wir eine Blume oder so was gefunden haben. Vielleicht müssen wir dann doch da vorne rein. Wo war denn das? Hier war die Glocke, ne? Und die Blume? Die Blume gibt's bestimmt woanders. Hm. Gehen wir mal weiter. Vielleicht da hinten in diesem Ding. Wo ist denn jetzt eigentlich der Soldat hin? Hier sind bestimmt total Banane im Kopf. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie eine Blume. Blumenkübel. Kein Wunder, dass General Sotro ein bisschen Platz, äh, Interesse für diesen Ort hatte. Oh. Vater hat hier also gebetet, aber es sieht fast wie ein Labor aus. Heilige Scheiße. Bunt, bunter, am buntesten. Ich wurde von dem, äh, Kloster Ältesten zu einem ihrer Heiligtümer gebracht. Als ich hineingegangen bin, äh, sprudelte, ne, oder, oder, Strahlen von hellen Energien sprudelten um mich herum. So ungefähr. Ich konnte mir nicht helfen, aber ich habe sie angefasst. Es war eine seltsame, ja, eine verrückte Energie, die mich, ja, durchströmt hat oder so. Ähm, ich musste mehr darüber lernen. Äh, das ist der Grund, warum ich hierhergebracht wurde. Um zu opfern, was die meisten nicht können. Die un, ungeschaffenen Energien, die die Kreation mit dem Schöpfer verbinden. Und hier war ich also. Äh, das Heiligtum erwartete seine, seine, seinen, seinen neuen, ja, seinen neuen Auszubildenden. FR Wladimir Gold. have been written by my father. Ja, Gold. During the first days at the monastery, Apprentice begins the process of initiation. It's imperative to have strong knowledge about the intricate laws of nature before trying to contemplate the assassins of infinity. Also man muss wissen, wie wir die Natur haben, bevor man irgendwas, äh, über die Unendlichkeit heraus findet. Okay. Auf jeden Fall. Hmm, what am I missing? Hier kommt das Gold rein. Vielleicht Feuer. Müssen wir es zermahlen, das Gold? Ich denke mal, wir müssen hier drei Rätsel lösen. Ach so, guck mal hier. Erst Gold, dann Goldstaub müssen wir das machen. Und dann zum Schluss müssen wir eine gereinigte, eine gereinigte Goldkugel hier erschaffen. Okay. Okay, okay. Also wir müssen noch einiges finden. Ja, das war bei Grey Dawn auch so ähnlich. Ich erinnere mich. Da hatten wir auch so verschiedene, ja, Laboratories, Experimente, wo wir was machen mussten. Das ist ein Roboter. Aber wie können wir gegen den kämpfen? Ich hätte nur dieses Teil. Gehen wir mal mal hin, gucken, was passiert. Okay. Ah, da sitzt er. Also er bleibt da und wir sollen hier gucken, was das Ding macht. Sankt Ivona auf Roseney. Das ist bestimmt ein Collectible. Ich will einfach mal gucken. Nee. Documents. Items. Die Ikone. Vielleicht müssen wir die hinten hinhängen. Ach, ein Bild von ihr. Keine Blume. Hallo. Oh. Was machst du? Ja. Er lässt mich zumindest durch, ne? Ist alles okay mit dem Ding? Es tut hier nichts. Kann ich hier irgendwas geben? Ah, ich schätze, aber wir müssen es im Bild oder so. Okay, ich versuche erstmal die Ikone einzusetzen. Könnte mir vorstellen, dass das dahin in der Kapelle, dass das nötig ist. schon ein merkwürdiges Spiel, aber auch was anderes mal. Wenn man Grey Dawn kennt, dann ist es schon sehr ähnlich, so. Aha. Sie sieht aus, als ob sie schläft. Wir haben sie vorher in den Wäldern gesehen. Und auch wenn es komisch aussieht, macht mir nicht Angst oder so. Okay, was? Ein Atonitorb. Okay, ist das das, was wir herstellen können? Aber nicht gleich wieder, ne? Schneewittchen. Der Papa kommt dann gleich wieder. Ne. Ich glaube, damit können wir vielleicht, steht da irgendwie was? Warte mal, ne, das Orb-Teil brauchen für das Rätsel vielleicht. Ich dachte erst, wir könnten den Roboter damit bekämpfen, aber ich glaube, wir brauchen das für das Rätsel hier drin. Hm. Hier. Nicht. Okay, das fasse ich auch erstmal nicht an. Oh, Streichhölzer. Streichhölzer. Die brauchte ich doch, äh, hierfür. Ah. Alles klar. Jetzt habe ich den Goldstaub. Okay. Nummer zwei. Okay. Ah, 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 ah. Okay. Erstmal lesen vielleicht. Ausbildung. Draw near and witness the miracles of nature. Zeichne in der Nähe. Und werde Zeuge der Wunder der Natur. Yet this is mere nothing if this is not tempered with wisdom and faith. The holy the holy fire and all purifying gift from God. touch. Hm. 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 Okay Ja, sieht gut aus, ne? Ah Okay, jetzt haben wir das Kügelchen Okay 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 Purify Gold The beginning, God created the heavens and the earth Also am Anfang hatte Himmel und Erde geschaffen The earth was formless and empty Darkness was over the surface of the deep And the spirit of God was hovering over the waters Also alles war dunkel Ah Ich verstehe das Rätsel nicht Plus, Minus, Plus, Minus Das scheint ja irgendwie was hier mit dem Spruch zu tun haben In the beginning God created the heavens and the earth Also braun und blau Blau und braun Ah, warte mal Wir können das da rein tun Also so können wir Minus und Plus umdrehen Und so können wir Was So können wir es rüberschieben Gelb, dann einen rüber Gelb und blau vertauscht Wo war denn blau? Boah, weiß ich denn jetzt, was hier richtig ist? Ich sehe eher noch grün The earth is formless and empty Darkness was over the surface Also wir haben fünf Versuche The earth is filled with a strange otherworldly energy Das war einfach nur Glück 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 Aber ich habe nie so etwas gesehen Ich habe immer das supernatural ein Produkt von einer vividen Imagination Aber hier bin ich Aber hier bin ich Am ich beginne zu glauben? Ja Ja Okay Collect Scrab Was für ein Collectible Das hätten wir noch nicht mal machen müssen hier A peculiar object resembling a fortune teller's orb Also dieses seltsame Objekt sieht ganz schön beeindruckend und eindrucksvoll aus Eine Kombination einer Reliquie mit einem Glücksbruch Zauberkugel Gold und Silber Dekoration und eine weiche Oberfläche und ein dünner Film von purpuren Farben Ja Bewegen sich über und über Und erschaffen die Illusion einer Galaxie die in Bewegung ist Ich bin nicht sicher was der genaue Zweck sein könnte Weil es sieht eher ungewöhnlich aus Aber Was sieht nicht ungewöhnlich aus hier in dieser Gegend Das Objekt ist überraschenderweise sehr schwer Natürlicherweise schätze ich Das muss irgendwas drin sein Ich habe versucht es aufzumachen mit Gewalt Aber kein Glück Ich habe es nicht geschafft Ich werde besser nicht mehr mit rumspielen Ähm Abgesehen von seinem rituellen Zweck Sagt der Ja mein Kopf Der Antiquitätenhändler in meinem Kopf sagt mir Dieses beeindruckende Stück könnte eine Menge Geld wert sein Auf dem Schwarzmarkt Aber Für mich bleibt die moralische Frage Sollte ich Äh So etwas von einem heiligen Ort überhaupt verkaufen Okay Okay Das war also ziemlich ähm Nutzlos dass wir hier waren Außer jetzt für das Collectible Da habe ich die Zeit ja schön verschwendet Aber na gut Die Frage ist Was wir jetzt mit diesem Item Mit diesem Rotate Object machen können Aber wir haben natürlich auch noch dieses Energieteil Kann man irgendwas mit dem Roboter machen? Es juckt dir nicht die Bohne, dass wir hier sind Deswegen gehe ich einfach mal weiter Und du spackst da so rum Ja? Okay Boah Was ist da? Da blinkt was Aliens Okay, wir gucken mal was hier ist Es ist schon interessant alles zu entdecken Ah Okay Pistole Eine Mehrfachsteckdose Ein Kerzenständer Das ist alles kaputt hier Lesen wir mal den Brief Auf Aufgrund des plötzlichen Verschlechterungen des Wetters Werden wir Temporär Das Goldgraben Ja Lassen Sein lassen In dieser Region Wir werden in den nächsten Stunden Diesen Ort verlassen Finale Äh Positionierung Erstens Die Grabung Wird von Industriedrohnen weiter fortgeführt Die speziell für diese Aufgabe programmiert wurden Ähm Das fünfte Ja, Detachment Ja, fünfte Einheit Wird Wird hier zurückgelassen Und damit beauftragt Die Requisiten Von kostbarem Wert Aus dem Kloster Und seiner Umgebung zu holen Zu diesem Zweck Ähm Wurde Ersatzmunition bereitgestellt Boah Ist das schwer Ähm Ähm Um quasi diese Operation durchzuführen Wurden erweiterte Rechte gewährt An den Zu den Soldaten Und sie dürfen Jeden erschießen Den sie müssen Ähm Ja Können sie Aber auch festnehmen Oder Prosecute Keine Ahnung Festnehmen Oder Exekutieren Äh Diese Methode Sieht vielleicht radikal aus Aber es ist absolut notwendig Für unseren Plan Ähm Der Ja Mit Mit Höchster Mit höchstem Wert Durchgeführt werden soll So ungefähr So ungefähr Generell Zottov Zottov wieder Okay Was können wir haben? Hier ist noch ein Brief Äh Hinter der Requisiten Der Äh Gegenstände Aus Gold Hatte ich Ähm Eher meine Zweifel Dass die Vorsichtige Untersuchung Der verschiedenen Mechanismen Die wir in dieser Region Gefunden haben Ähm Ja Habe ich mich eher damit beschäftigt Glaube ich Einige von ihnen sind neu Einige andere von ihnen sind Unglaublich alt Von unglaublichem Alter Ähm Ähm Sich rotierenden Scheiben Äh Auf den ersten Blick Sieht nichts kompliziert Oder nutzvoll aus Aber mit ein trainiertes Auge Kann sehen dass zusätzliche Teile fehlen In der Mitte von dem Mechanismus Vielleicht eine Energiequelle? Ich habe Ich habe Ehm Man hat aber Einfach nur stur Weggesehen Und hat nicht Äh Ein Wort gesagt Äh Ich habe ihn auf der Stelle Ja Erschossen General Zotow Ah Ist das dieses Dieser Mechanismus? Ich sollte mich umsehen Bevor ich mit diesem Teil Mich mit diesem Teil Beschäftige Okay was Was hab ich denn noch? Was brauchen wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Also das sind Drohnen Vielleicht müssen wir zurück Und ihm sagen dass das Grabe Drohnen sind Ich glaube die ist einfach hier Durchgedreht Ja Die ist einfach durchgedreht Sind nur Drohnen Äh Okay Mein Rücken tut immer noch weh Öh Schluck trinken Dann gucken wir uns weiter um Boah Das ist fast wie Krampf Och Sorry Okay Bulldozer Bagger Kaputte Drohnen Ist ein Häuschen Und Ah Da bauen die das Gold auf Oh Was ist die Situation Over there? Es gibt niemanden hier Das wir können Das ist sicher Es scheint Wer hier war Es hat bereits Die Erstehung Die Erstehung Die Maschinen Die Maschinen Die Maschinen Die Maschinen Die Maschinen Die Maschinen Du sagst Bro Okay Hier machen diese Maschinen Ah Okay Damit ist der Generator Der Energie Der Drohnen mit Energie Feuer sorgt Und die arbeiten halt Hier so rum Das einzige was noch hier ist Kommen wir irgendwie In dieses Haus rein? Nee das ist nicht wirklich Abgesperrt oder? Es ist abgesperrt Wir sollen nicht in dieses Haus rein Das macht mich traurig Das macht mich so traurig Hier sind noch ein paar kaputte Drohnen Erinnere mich an Wall-E Der Letzte räumt die Erde auf So einfach da runter kann ich jetzt aber auch nicht Oh Warte mal Können wir hier rein? Nicht wirklich Nicht wirklich Nee? Nein? Okay Hier geht's nicht weiter da Okay Wir müssen das Rätsel irgendwie lösen Sehe ich das richtig? Können wir denn hier runter? Auch nicht Okay Ich bin grad ein bisschen verwirrt Ich sollte mich weiter umsehen Und guck mal hier ist diese Kaffeekanne Die kenn ich auch aus Masha Ich weiß nicht wie die funktioniert aber Dieht edel aus Okay hier ist sonst nichts Achso die Scheiben Und eine Scheibe Wir müssen diese Scheibe finden Eine Scheibe müssen wir finden Wo könnte sie sein? Ich sollte mich weiter umsehen Ach guck mal hier geht's auch noch lang Nicht wirklich Können wir denn hier irgendwie durch? Auch nicht Können wir denn hier irgendwie durch? Auch nicht Können wir die... Oh er ist weg Huh Okay wir brauchen so eine Scheibe Um die da einzusetzen Können wir irgendwie hoch? Ich sollte mich weiter umsehen Also ins Haus können wir nicht Das ist alles Zu Vielleicht hier bei den Supplies Supplies, Supplies Aber da zum Zug geht's auch nicht No way Hier geht's nicht weiter Hm Vielleicht nochmal zurück Was können wir denn mit diesem... Rotate Object Gehört das nicht in die Mitte? Muss das vielleicht ausgewählt sein? Ah Ah Okay S E R Ist das alles auf E? Gott E E Ah E Ah Wo? Wo? Wie muss das denn eingesetzt werden? R E E E Ich würde sagen Ich würde sagen So Okay Und wenn ich jetzt das drehe So geht das auf jeden Fall Ach da ist es zu spät Zurück kann ich es nicht drehen, ne? Ich bin wieder falsch Und wenn wir das innere drehen Machen wir mal zuerst das innere L Okay Ach das dreht sich auch zurück So Das müsste richtig sein, jetzt nur noch die äußere Oh What is going on? Oh Das Spiel ist echt verrückt Aber ich mag es Okay Wir haben ihn zurückgelassen Nach der Explosion Wir haben immer noch Fragen 21 Dezember Ungefähr 8 Uhr Martha's Apartment Oh Laura? No Mr. Lazarus I didn't expect you'd be back so soon I was trying to clean this place up a bit But This infestation is too much for me Oh God This place reeks Please Can you open the windows Hier stinks Kannst du das Fenster aufmachen Okay Sie wollte ein bisschen aufräumen Aber irgendwie wird es nur schlimmer hier Jo Also Strange Right now I would love to go to church You know I didn't find out much about my father But at least I know That he was there And was a good man That is good, Mr. Lazarus Listen Your sister is now at the funeral home They're going to prepare her body We can hold the funeral this Friday If that's okay with you Okay Die Schwester wird grad für die Beerdigung vorbereitet Und wir können die Beerdigung diesen Freitag Durchführen Als ob ich hier nichts anderes zu tun hätte Hier sieht's so aus wie so Oh, ne Borsch Borsch Heißt Borsch So ne, so ne Ja Und Fisch Äh Okay Gut Stunde ist rum Damit würde ich sagen Belassen wir's dabei Und sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn ihr mögt Vielen Dank für's zu sehen Bis dann Haut rein Ciao Hey, ich wünsche euch herzlich herzlich willkommen zurück zu Last Days of Lazarus Wir sind wieder in der Wohnung Bei der Reporterin Dessen Deren Namen ich vergessen habe Ähm Und ja Überall Überall sind jetzt diese Viecher Ich weiß jetzt gar nicht was ich überhaupt machen soll Hier in der Wohnung Ich dachte ich hätte mit ihr geredet Ich habe neue Erkenntnisse über meinen Vater herausgefunden Ja Wir brennen die Bude einfach nieder Warum nicht? Alles klar Habe ich noch Streichhölzer in der Tasche oder so? Keine Items Zwei Dokumente kann ich finden Okay, dann äh Wollen wir mal sehen Ob wir hier noch irgendwie was finden Das hat alles mit diesem Viecher aus der Toilette angefangen Aber der sieht jetzt ziemlich schlaff aus hier Okay Sehr viel Darm hier Gut Hier ist nichts Warte mal Muss ich nochmal in die Schränke reingucken? Ich frage mich ja echt was alles so in meinem Kopf abgeht Was ist denn hier los? Eine Motte? Eine Motte? Eine Motte? Neben der Videokassette? Neben einer Videokassette? Eine Motte? Was soll das bedeuten? Oh, ich sehe mich sogar im Spiegel Ist mir noch nie aufgefallen Okay, was haben wir hier? Gibt es hier noch einen Brief oder so? Die Musik wird doch düster Wie oft will das eigentlich noch sagen? Können wir runter in die Wohnung? Hier hin? Ach der Priester ist immer noch da Also wirklich tun, tun die mir nichts, ne? Wir können halt nur nicht raus Ist ein bisschen doof Vielleicht durch die Wohnung unter uns oder so So, okay Ähm Haben wir hier noch irgendwas? Warte mal, der Tisch ist doch Der stand vorher nicht hier, der Tisch Kannst du, können wir nicht streichen? Können wir mit dir reden? Nein Nein Ich weiß nicht, Vater Danke für die Wohnung Ich weiß nicht, ob es ist oder die Brühe oder die Brühe Aber diese Brühe hat nicht so infestiert wie die anderen Die Brühe werden nicht wenigstens werden Wir haben noch nicht gesehen, wie Gott fühlt sich aber sagst, hast du etwas über Wladimir in der Roseneau Monastery Unfortunately I didn't find my father but I did find mentions of him Duh I don't even know if he's still alive This General Zotov is a demented maniac who kills everyone if he so desires They're collecting gold Yes He is foolishly starving for more power With gold he will buy the weak the easily impressionable his evil will spread All we can do now is not let it corrupt us too Mr. Lazarus Okay Also er weiß nicht ob es daran liegt dass hier dieser Raum äh von ihm gesegnet wurde dass sich hier diese dieses Zeug noch nicht ausgebreitet hat ähm Aber er glaubt dass es sich so anfühlt von Gott verlassen zu sein Da hat er nochmal diesen General Zotlov angesprochen dass er Gold sammelt und der Priester meint dass damit wohl ähm dass damit wohl ähm versucht wird die Schwachen zu kaufen und seine Diktatur und Macht zu festigen So Weiß gar nicht Hatte ich hier schon Fernsehen geguckt? Ach geht auch gar nicht Okay Ich sehe jetzt keine Briefe mehr Doch da liegt da liegt was Hier liegt was Ach guck mal hier Okay Okay By the Grave of God Grace Brace Brace ist geheißen ist geheißen auf dem Pfad des Mönches unter der Leitung von Archimandrit Abraham Markus sein spiritueller Vater bei der Kolima beim Kolima Kloster Erinnere dich dann Bruder erst wenn du genug in deinem Herz gelitten hast kannst du Menschlichkeit lernen okay gut gut schön dann begeben wir uns mal in die Wohnung nach unten erst mal gucken ob es hier vielleicht noch irgendeinen Text gibt Oh Es ist Es sieht schon echt schön aus hier Komme ich da runter? Ja komm ich Kann ich jetzt dieses Ding nehmen? Ah ja Rusty Ranch habe ich aufgenommen Hier sitzen sie immer nach oben nur und liegen Okay Kann man hier noch was machen? Ach komm lass mal das Lebensbejahende Grün mal an hier So die Frage ist was ich jetzt mit diesem mit diesem Ranch machen soll Okay Da kann ich nur wieder oben gucken Ich schätze mal irgendeine Rohrleitung ihr Gas aufbrechen und dann anzünden Aber ich habe keinen Streichhölzer Warum gibt es hier eigentlich kein Klo? Muss doch eigentlich die gleiche Wohnung wie über uns sein Oh ich kann natürlich auch versuchen mit dem Ding den einen über zu hauen drüber zu hauen hier Haben wir da irgendwelche Infos drüber? Rostiges Ranch Also so eine Klammer Dingsbums Was könnte ich? Oh Telefon Okay geht aber keiner ran? Das ist ekelhaft Bam bam down Nein Da kann ich auch nichts machen Kann ich hier was machen? Was kann ich mit diesem Teil? Ah Ah ok Propantank Ok sehr gut Propantank Vielleicht Vielleicht doch noch irgendwo Streichhölzer finden Die hier irgendwo liegen Das Könnte natürlich sein Na? Kann ich das kombinieren? Sieht nicht so aus Dieser Raum ist auch noch ziemlich unbenutzt hier Da liegen keine Streichhölzer Komischerweise habe ich denn dieses Ah Ich habe dieses Maschinenteil nicht mehr da Interessant Also wir hätten definitiv was anderes machen können mit diesem Maschinenteil Aber was? Da gibt es nur Zucker und Tee Keine Streichhölzer Was soll ich damit machen? Ich verstehe es nicht Hast du eine Idee? Ok Da raus kann ich auch nicht Da raus kann ich auch nicht Ok vielleicht doch unten was hochjagen Diese Tür Diese Tür Ich habe keine Ahnung Ich checke es nicht Wir werden jetzt hier schon hoch und runter geklettert sind Also kann ich hier... Wie brenne ich euch nieder? Wie brenne ich die nieder? Das kann doch nicht so schwer sein Das kann doch nicht so schwer sein Witziges Teil Ich muss hier nochmal mit der Svetlana reden Auch nicht Hast du vielleicht Streichhölzer? Warte mal ein Messer vielleicht Kann ich auch nicht nehmen Ofen aufmachen Ich habe einen Propantank Zum Verbrennen Und ich habe dieses Ding zum Aufmachen Gut, okay Dieses... Ja, wie heißt das? Diese Klemme Dieses Ding Zange! Die Zange! Ich bräuchte... Ich bräuchte... Also ich könnte die damit aufmachen Ich bräuchte dann aber auf jeden Fall Feuer Feuer Feuerzeug Streichhölzer oder irgendwie sowas Okay, irgendwie reinzoomen Schade Okay, hier kann ich... Nichts öffnen Nichts aufstellen Nichts machen Ja, es fängt ja gut an die Folge hier Hier kann ich nichts nehmen Nichts öffnen Nichts hinstellen Ah 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 Okay O-o-okay Ah Okay Ah Alles klar Funktioniert bestimmt Okay Was? Jetzt bin ich hier Ja, gut Kann ich noch was weg... weg... äh... flambieren hier? Vielleicht im Klo selber? Ne, das ist ja verendet hier So, hier gäb's auch nichts mehr Hier unten vielleicht noch Ich weiß nicht, ob ich hier die... die Wohnung noch... äh... reinigen kann Hier Ne, juckt den auch nicht Hier... auch nicht Okay Hier sind auch nur Eier Alles klar Dann wahrscheinlich nur noch die im Eingang Oh Gott Die hier So, jetzt kommen wir wieder raus, ne? Ja, ja Ja, ja Ja, ja Quicker Hä? Herzchen Herzchen Frau Reporterin Hä? Wo bist du hin, Uschi? Hast du sie gesehen? Ist sie unten? Ist sie draußen? Was machst du hier? Was ist denn? Jemand lebt hier unten Again A locked door Ah, just break it Au Oh, ein Hacker Nice Warte mal, vielleicht gibt's hier... Ach, guck mal, hier einen Brief, siehste Ich hasse meine Eltern Ich glaube... Ich tue es, seitdem ich mich dran erinnern kann Als ich ein Kind war, haben sie mich geschlagen Als ich ein bisschen älter war Haben sie mich in ihr schmutziges, äh, Geschäft benutzt Und diese Video, äh, Aufnahmen gemacht Ähm Oder Von den vielen Schlampen Mit meinem Vater Und nachdem wir hingezogen sind, haben sie angefangen Drogen zu nehmen Auch angefangen Drogen zu nehmen Ihre seltsamen Freunde Würden sie versorgen Und manchmal Ähm Ja Waren sie Waren sie Waren sie quasi high für Tage Also, under They would be under For days Ich denke mal, weg, oder weg für Tage Ähm Eventuell Einer von diesen Freunden hat mir einen Einen Schuss gegeben Einfach nur, um zu sehen Wie gut es ist Für eine kurze Zeit Sah mein, ähm Leben nicht mehr so blass aus Danach Habe ich angefangen, ähm Mein Dad zu bestehlen Manchmal hat das rausgefunden Und dann hat er mich, ähm Hat er mich ohne, ohne Gefühle geschlagen Äh, nicht wegen den Drogen Oder, weil er, ähm Mich auf einen besseren Weg leiten wollte Es war nur Eine Entschuldigung für ihn Mich zu schlagen Oder eine Ausrede Eine Ausrede Mich zu schlagen Vielleicht War es sogar besser Weil es hat mich, äh Davon abgehalten Wirklich, äh Von dem Zeug Abhängig zu werden Dann kam sie in mein Leben Unschuldig Wie ein Engel Ähm Ähm Sie hat die Nadeleinstiche Auf meinen Arme Auf meinen Armen Eines Nachts gesehen Sie war so enttäuscht Und hatte Angst Ich konnte nicht Komplett Sofort aufhören Aber, wenn sie in der Nähe war Habe ich mich nicht danach gefühlt Äh, dass ich, äh Wie er entkommen musste Ich, ähm Ich habe mich Ähm Von ihrem Körper mehr angezogen gefühlt Als von den Drogen Also Hat sie sich mehr und mehr angeboten Ich, äh Wurde fast clean Aber Jetzt habe ich gelernt Dass ich nicht der Einzige war Den sie sich selbst angeboten hat Also Noch einmal Habe ich mich selbst dabei ertappt Wie ich, äh Entkommen wollte Und Ich habe immer noch Ähm Eine Menge Schläge wegzustecken Okay Ja, da sind die, da sind die Spritzen, ne? Irgendwas nehmen Ich dachte, da hätte gerade was geleuchtet Okay Hier ist sonst nichts, glaube ich Hallo Mein Gott Huh? Hallo, young man Oh, hi What are you doing here? I'm just Hiding Waiting for this to end Are you Friends with my father? Yes Indeed Oh cool I was waiting for my parents to come rescue me These foul creatures blocked the doorway and I couldn't escape Your parents are dead, young man What? No How could that happen? I can't believe it Do you have any relatives to go to? No It was just me, mom and dad I've been here for almost a week I'm waiting for my girlfriend to call me We were planning to leave together Listen Stay here while I try to figure out what the hell happened, alright? Wie bescheuert, ey Okay, wir machen das mal aus Ich weiß nicht, ob die Musik wieder copyrighted ist Der hat also eine Woche hier verbracht Und hat auf seine Eltern gewartet Alles kein Problem Wenigstens konnte er aufs Klo gehen Aber was hat er gegessen während der Zeit? Okay, Pizza Wein So ein Zeug halt Good evening, ladies and gentlemen We've received reports of countless deaths from all around the city As you know, many TV stations have tried to deny the first rumors about a possible infestation What's even more frightening is that this infestation seems to be spreading over the entire country with the epicenter right here The situation seems to have gotten out of control The president tasked General Zotov and the army to try and stop the pandemic As a precautionary measure, the Novaya Industries factory reopened under General Zotov's decree Who ordered the creation of a production line for specialized drones to deal with the corpses The pathogen manifests itself as a reddish, organic matter that spreads in structures of buildings Developing best in moisture In the most acute forms There are reports That certain terrible organisms appear Resembling demonic creatures With sharp claws Okay Okay Also, sie geben jetzt endlich zu, dass diese Pandemie, wie sie sie nennen Oder diese Seuche umher geht Und das Epic-Center ist in dieser Stadt Und General Zotov und der Präsident haben irgendwie angeordnet, in einer Fabrik so Roboter zu bauen, die die Dinger bekämpfen sollen Alles klar Gut, du bleibst hier Oh, Ratti Goth Hey, ein Gameboy Nice Collectible Collectible Bestimmt Time Waster Zeitverschwender Oh, und ein Safe Hm The Stable Safe Company Okay It's Ludmilla Why would she accept being photographed like this? Oh, es ist Ludmilla Warum hat sie akzeptiert, so fotografiert zu werden? Warte, ich muss mal eben gucken Was haben wir denn für Collectible hier? Du bist doch Collectible, oder? Ja Ein nutzloser Zeitverschwender Auf dieser Rückseite steht drauf Made in Russia Interessant Muss ein billiges Spielzeug vom Bazar in der Nähe um die Ecke sein Ich habe es angemacht, um zu sehen Äh, was damit los ist Es sieht so aus, als ob da ein Spiel auf diesen kleinen Cartridges ist Ähm Ich habe versucht, alle Knöpfe zu drücken, aber ich habe keine Idee, was ich gemacht habe Was für eine Zeitverschwendung Ich weiß noch nicht mal, warum ich es mitgenommen habe Vielleicht, ähm Kann ich was mit den Batterien anfangen An einem gewissen Punkt Ähm Kinder heutzutage verbringen ihre Zeit mit dieser Art von Spielsachen Als ich kleiner war Habe ich meine Zeit draußen verbracht Mit anderen Kindern Und wir haben bis Äh, gespielt, bis die Nacht anbrach Aber noch einmal Mit wem rede ich überhaupt? Mit 16 habe ich meine Mutter verlassen Und meine Schwester Um mir selbst einen Namen zu machen Und sieh dir an, wo ich jetzt bin Kann ich da wirklich was rausnehmen? Na, leider nicht, ne? Okay, vielleicht brauchen wir doch nicht die Batterie Oder doch nicht die Batterie Okay, hier ist ein Safe Aber wo kriegen wir die Kombination dafür? Ja, das Zimmer an sich ist schon geil, ne? Ja, hier ist einfach nur Musik Wenn ich den Computer anmache Solitude Ich hätte jetzt ein Spiel von Grey Dawn erwartet Oder so, hier Vielleicht filmen wir es ja noch Sag mal, Junge Wie ist denn der Code für den Safe, hm? Da kommen wir auch nicht raus Da kommen wir auch nicht raus Poster von meiner Schwester Scharf kombiniert Okay, sonst ist hier nichts, ne? Hm Safe Kombination wie? Vielleicht finden wir sie hier irgendwo Wo soll ich jetzt hin? Was ist jetzt meine Aufgabe? Items, Documents Ein Dokument haben wir noch Das müsste es eigentlich hier irgendwo geben Oh, was ist das? Ich habe kein Tape Irgendwo bei einer Motte Irgendwo bei einer Motte Da war doch eine Motte mit so einem Tape Aber wo könnte das sein? Oh, wer weiß, was ich schon alles verpasst habe, du Aber es ist halt auch alles so detailliert, dass ich keine Ahnung Ah, was man hier alles gucken könnte Tja Du sagst auch nichts mehr, ne? Ich habe kein Tape Ich habe kein Safe Keine Safe Kombination Ich habe das Gefühl, hier sind noch einige Geheimnisse zu lösen Vielleicht bin ich das ja sogar Oh, guck, Pizza Er hat es irgendwie geschafft, Pizza zu bestellen Obwohl, die Eltern hatten auch noch eine Pizza, ne? Okay, gehen wir mal hoch Äh, okay Okay, ich komme nicht hoch Ich muss also irgendwas hier unten noch finden Ist hier noch ein Tape? Wieso komme ich nicht mehr hoch? Irgendwas muss es hier noch geben Irgendwas muss es hier noch geben Halten wir schon Er hätte ja auch einfach aus dem Fenster klettern können, ne? Oh, da brennt's Ich habe keine Ahnung Ich habe keine... Keine Ahnung, was für ein Tape ich da reintun soll Oh, Hauptsache WLAN geht Und hoch komme ich ja auch nicht mehr Ich komme nicht mehr hoch Ich komme nicht mehr hoch Ich bin zuerst schon Ich bin zuerst Ich bin zuerst Ich bin zuerst passt da hin. Der müsste doch eigentlich hier zu sehen sein, oder? Tja. Ich hab keine Ahnung. Also ich kann irgendein Tape abspielen. Aber ich hab kein Tape. Das muss ja eigentlich irgendwo hier sein. Vielleicht im Safe. Aber wie komm ich in die Safe-Kombination? Irgendwas muss ich übersehen haben. Das... Ah, das... Siehst du? Ah, fuck, ey. Sie war stolz von ihrem wachsitzenden Mann. Sie hat mir gesagt, dass du nicht mehr schuldig sein musst, wenn du in dieser Leben gehst. Ich zeige ihnen. Ich zeige ihnen, dass ich noch mehr schuldig sein kann, als sie. Ich werde das Hydrochloric-Azid aus dem Baddorf nehmen und es in ihre Augen schreien. Als ihre Augen brennen und sie schreien in Schreien. Ich werde ihre Skälen mit einem Wrensch. Und dann werde ich auf ihre lebenslosen Körper schreien. Okay. Also, seine geliebte Freundin wurde anscheinend auch von den Eltern missbraucht. Hat er auf Tape gesehen und er wollte sich rächen und wollte seine Eltern umbringen. Klar. Ach. Jetzt wäre ich hier schon wieder abgehalten. Ich habe das Tape einfach nicht gesehen. Da ist es... Was denn? Oh, noch ein... CDs. Oder was? Hure. Eine verstörende CD aufgenommen. Ein Haufen ekelhafter CDs. 18+. Okay. Habe ich das in den Items. Rotate Object. Ist das so eine Schwester oder was? Kann ich das in den Computer tun? CD-Laufwerk? Zwei CD-Laufwerke. Ähm... Wo kann ich die CD reintun? Wahrscheinlich oben in den Computer, oder? Ah. Ja, wahrscheinlich hier rein, ne? Ist das so eine Frau, du warst all along? Just eine Hör? Die kind mein Vater usually macht his movies mit? Was? Was du meinst? Wie kann du so sagen solche words? Ich habe die tape. Ich habe dich mit meinem Vater. Of all die Okay, also sie hat quasi das Video mit seinem Vater nur gedreht, weil sie an die Papiere wollte, dass sie quasi... Ich habe keine Ahnung, Ludmilla hat ihre ganze Leben vorhanden von ihr. Every dream she had, every hope in life, vanished. Ich habe so hart gearbeitet, ich habe so viele Dinge zu tun. Ich habe nicht sogar zu meiner Mutter's funeral. All zu machen Geld und helfen meine Frau zu gehen, diese Hellhole zu machen. Nur für sie zu haben ihre Skull zu verletzen, das Freak zu haben. Ich werde das Demented Maniacch verletzen. Du bist nicht ein Monster selbst, Lazarus. Okay, er will ihn jetzt quasi umbringen am liebsten, weil er der Mörder von seiner Schwester ist. Weil sie halt ihr das Video gedreht hat, seinem Vater. Um an Papiere ranzukommen. Um das Land zu verlassen. Tja. Okay, mal sehen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ihn töten oder ob wir mit ihm reden können. Ja, er sitzt hier am Computer, du. Das ist mal klar. Haben wir das jetzt getan? Wo ist er denn jetzt? Okay, Glück gehabt. Äh. Er ist kein Mörder. Deswegen hat er ihn kaputt gehauen. Aber er war nah dran. Oh, was ist denn hier? Ah. Ah. Ah, noch mehr Tapes. Desmorphin. Rotten Flesh. Die Bibel und, was ist das? Geld, glaube ich. Okay, mal sehen, was das zweite Tapes offenbart. Ludmilla. Ludmilla, bitte nicht aufhören. Was willst du? Was willst du? Du willst mich noch mehr belitteln? Nein. Ich bin mir nicht aufhören. für wie ich war. Ich war entdeckend bei Jealousy, die image von mir und mein Vater. Ich habe gesagt, ich bin sorry. Ich kann es nicht tun. Vielleicht hast du recht und ich war foolish und gullible, aber ich kann es nicht tun. In fact, ich habe keine Ahnung, was zu tun. Ich kann dir helfen. Listen, ich habe versucht, die Papier von meinen Eltern zu holen. Don't fragen mich wie. Really? Du meinst das? Ja, mein lieb. Wir können heute Nacht, wenn du möchtest. Ich möchte mit dir kommen, wo du gehst. Ich will nicht noch eine Minute in diesem Ort. Aber was mit deinen Eltern? Wollen sie versuchen uns zu holen? Mit ihnen zu helfen. Keine Angst mehr über sie. Aber Schiefko, kann ich mich wirklich für was ich getan habe? Du glaubst, wir können immer wiederholen uns zusammenfinden? Wir machen alle schuldige Fehler. Und wir können alle tun unspeakable Dinge unter den falschen Regeln. Wait, da ist jemand an der Tür. Meet mich in drei Stunden in der Kirche und bringe die Papier. Ah, deswegen war sie ja am Grab. Das ist eine gute Frage, ne? Der ultimative Beweis. Ah, fuck my life. Das hier? Oben? Komme. Hallo? Lazarus? Laura? Warum bist du weg? Ich wollte nicht wissen, was du warst. Ich bin sorry, ich habe Angst, aber das Freak ist okay. Ich bin nicht ein murdererer, after all. Du warst. Er hat ihn nicht geschaut, Ludmilla. Someone anderen hat ihn. Ich habe ein Bild, in dem der Mann mit meiner Freundin gesprochen, über sie mit ihnen zu gehen. Während er seine Eltern geschaut hat, er wirklich lief sie lief. Sie planen zu meet, nach Ludmilla wird zurück von der Cemetery. Das war ein week ago. Aber dann, jemand knocked at die Tür. Der murderer? Ja. Das ist alles zu viel, Lazarus. Vielleicht sollten wir einfach stoppen und leave this place ourselves, nach Ludmilla. Ich kann das tun. Ich habe zu finden, was hat sie zu tun hat. Ich habe ein schlechtes Gefühl, über all das. Es ist wie, die darknessen mit uns, mit einem passenden Zeit. Aber wenn du das wählst, ich werde bei dir sein bis zum Ende. Ich würde gerne mit dir in person, vor dem Funeral. Ich habe etwas zu tun. Ich habe etwas zu tun. Ich habe etwas zu tun. Listen, wenn du etwas zu erzählen hast, dann wirst du woher zu finden. Lazarus, bitte. Was war das gerade? Was? Jesus? Oh mein Gott. Nein, bitte. Wake up. Help. Help. Hätte ich vielleicht mit der Spritze irgendwie... Wake up. Hier runter. Ich glaube, ich muss abhauen, oder? Hätte ich nicht irgendwas mit dieser Spritze machen können? Keine Items. Oh, ist ein Collectible gewesen. Okay, ich lese das gleich. Ich versuche mal abzuhauen erst mal. Kann ich nicht. Was muss ich tun? Mit dem Priester reden? Ich sah sie. Am I going crazy? Es ist nicht sie. Es ist der schwelle Spirit, der in diesem Haus wohnt. Es kann viele Formen nehmen. Es ist besonders jetzt, dass ihre Tod so brutal war. Nicht Angst und Angst übernehmen, mein Sohn. Lass die Liebe für deine Freundin schützen dein Herz. Okay. Es ist, weil sie auf so brutale Art und Weise gestorben ist. Aber wir sollen die Angst in uns unterdrücken. Und nur die Liebe. Okay. Ihre Reise endete, bevor sie überhaupt begann. Oh. Das Kloster. Die Kirche. Okay, da ist auch der zweite Brief. Aber ich lese jetzt erst mal das Collectible. Eine ekelhafte und gefährliche synthetische Droge. Ich erinnere mich dran, dass ich diese Droge schon bei meinen Mitarbeitern gesehen habe. Ich weiß nicht viel über diese Chemie. Aber der Typ hat mir gesagt, dass es ja solides Zeug ist. Und dass er es von einem vertrauenswürdigen russischen Freund gekauft hätte. Armer Bastard. Er war süchtig nach diesem Müll. Was er Krokodil genannt hat. Oh, Krokodil. Das ist, glaube ich, wirklich übles Zeug. Und es gibt wichtige Gründe, warum das Ding so benannt wurde. Wenn man es einmal indiziert hat, dann macht es den Süchtigen oder verwandelt es in den Süchtigen oder bringt den Süchtigen in eine Trance und macht ihn dumm und emotionslos für Stunden. Süchtig nach diesem Zeug zu werden, ist natürlich noch verstörend. Weil nach mehreren Dosen fängt das Fleisch, das um den Nadelstich, an zu verrotten. Ich habe einige schreckliche, groteske Wunden an dem Arm meines Mitarbeiters gesehen. Eines Tages habe ich den armen Bastard besucht, nur um ihn tot neben einem Haufen Müll zu finden, vorzufinden in seiner Küche. Und die Knochen in seinem Arm standen heraus. Die Droge hat sein Fleisch gefressen und der Schmutz, in dem er gelebt hat, hat dafür gesorgt, dass er eine Sepsis hatte, glaube ich. Es ist schon schrecklich, dass dieses Kind diese billige synthetische Müll als Flucht aus seinem Trauma ausgewählt hat. Ich selbst glaube, dass, obwohl ich so viele Sünden begangen habe, würde ich niemals eine Substanz nehmen. Tja, allerdings hänge ich an der Zigarette schon seit ewiger Zeit. Alles klar. Gut. Der Übersetzungs-Show hier wieder am Start. Oh, noch ein Tape. Ein Tape. Mom insisted I was fine and that God would help us. I don't know what to think anymore. I started taking her pills behind her back and now the house is spinning around me. I want you to understand one thing, my dear brother. None of us are innocent, me least of all. The few days we spend together when you come home on holidays are not enough for you to realize what lies in our souls. You probably think I'm a saint. Oh, Lazarus. If you knew what a mess I've gotten myself into to get those papers so I go leave for Ukraine. I want to go far, far away. I want to end this horrible story. I want to have my own life. Okay, also sie hat gesagt, sie ist auch keine Heilige und sie hat viele schreckliche Dinge quasi in sich, die man nicht sieht an den paar Tagen, wo er quasi an Weihnachten nur da ist. Und sie ist eine Woche bevor die Mutter gestorben ist, sie ist fast durchgedreht und ist in der Psychiatrie aufgewacht. Ihre Mutter meinte, dass sie quasi nur an Gott glauben soll, damit alles wieder gut wird. Und hinterher im Rücken hat sie dann ihre Tabletten genommen, um sich quasi davon zu befreien. Und alles, was sie will, ist eigentlich das Land zu verlassen und diese Papiere zu kriegen. Hier, noch eine Eisenbahn. Ich brauche etwas, damit das... Okay. Ein Brief. Ich verstehe seine Wut und es tut mir leid, dass ich tun musste, was ich getan habe. Ich weiß, es war falsch, aber nach all dem hatte ich keine weitere Wahl. Wie oft habe ich ihn gefragt, mir zu helfen oder ihn gebeten, mir zu helfen. Als ich mich an seiner Schulter vor Verzweiflung ausgeweint habe, war alles, dass ich wollte, dass er... dass ich ihm sage, dass ich ihn nicht zurücklassen würde. Und, ähm, wir endeten immer damit, dass wir Sex hatten. Das, äh, war schon die Grenze von dieser Compassion in mir. Keine Ahnung. Scheiß auf dieses Kind. Ähm, ich mochte ihn wirklich. Es fühlte sich gut an, mit ihm zusammen zu sein. Und, äh, für eine Zeit habe ich es geglaubt, wenn ich ihm gesagt habe, dass ich mit ihm zusammen sein wollte und ein Leben mit ihm zusammen haben wollte. Aber, nachdem meine Mom gestorben ist, hatte ich keinen Platz mehr in meinem Herz für unschuldige Liebe. Äh, ich hatte Schmerzen und alles, was ich wollte, war, dass alles wieder so war wie vorher. Ich hatte keine Idee, ähm, dass die schrecklichen Menschen oder der schreckliche Mann mich aufnehmen würde. Ich wollte einfach nur diesen Ort verlassen. Kostet das, was es wollte. An diesem Punkt spielte es keine Rolle für mich, dass es sein Vater war. Alles, was zählte, war, dass irgendjemand mir endlich einen Weg hier raus zeigte im Austausch für ein paar Minuten mit meinem Körper. Mein Körper. Zivko ähm, hat es auch, äh, ja, hat es auch ausgenutzt, oder? Ähm, das ist richtig. Äh, welches Recht hat er denn, äh, Anspruch darauf zu ereben? Nur ich kann entscheiden, ähm, ähm, und, und wenn es mir hilft, meine Freiheit zu erreichen, auch wenn es ohne Zivko ist, dann, ähm, Zivko hätte mir niemals geholfen. Und dann würde ich nicht weiter zögern. Aber am Ende war ich einfach nur ein Dummkopf und mein Herz, äh, tut immer noch weh. Auch, wenn ich vielleicht stark erscheinen mag. Es tut mir sehr leid, Zivko. Okay. Was brauchen wir denn, um die Eisenbahn in Gang zu setzen? Ein Schlüssel? Liegt wahrscheinlich wieder direkt vor meiner Nase und ich sehe es nicht. Hier, guck mal hier. Eine Uhr. Treat. Okay. Ein Geschenk? Oder was heißt Treat? Seltsam. Sieht aus, dass jedes Objekt in diesem Haus eine hässliche Geschichte zu erzählen hat. Wir hatten niemals teure Sachen in unserem Haus, als ich klein war. Aber dieses Geschäft, wo ich quasi mich selbst reingebracht habe, ist ganz schön profitabel. Ich habe angefangen, Geschenke an meine Mutter und meine Schwester zu schicken. Ich habe ihnen sogar drei Fernseher geschickt. Der ultimative Luxus. Ähm, der Neid von allen Nachbarn. Ähm, obwohl sie gehasst haben, dass ich das zu Hause verlassen habe, hat ein Mom akzeptiert, dass, dass, ja, dass ich wenigstens, ähm, dass es mir wenigstens gut ging. Eines Tages haben wir angefangen, teure Antiquitäten aus Deutschland her zu schmuggeln. Äh, das Geschäft lief besser denn je. Ich war mein eigener Chef und, äh, hab mir selber, mein selbst, ja, hab mir selbst am meisten vertraut. Also mein, ja, ich war mir selbst quasi der vertraute Mitarbeiter. Also war ich sicher, dass ich, ähm, damit wegkam, mich selbst so zu behandeln wie eins von diesen glänzenden Objekten. Diese massive Bronzeuhr. Es hat ein Vermögen gekostet, äh, auf dem Schwarzmarkt zu kaufen und ich, äh, wollte es meiner Schwester anbieten. Eines Tages, ähm, als sie es, ja, verdiente oder verlangte, sie würde, ähm, würde sie es wahrscheinlich, ähm, in den Pfand, äh, Leierladen bringen und es verkaufen. Das Geld wäre vielleicht ihr Ticket in die freie Welt, wenn ich nicht in der Nähe wäre, ihr zu helfen. Aber ungefähr eine Woche, bevor unsere Mutter gestorben ist, hat mein Boss herausgefunden, dass die Uhr fehlt. Ähm, ähm, er ist außerdem ein sadistischer Brutalo und es sieht so aus, als ob ein gut organisierter Buch, ähm, Buchmacher, ne, Buch, nicht Buchmacher, äh, Bookmaker, Buchhalter, wenn es, äh, um diese, ja, um diese Ware geht. Äh, ich hatte alle möglichen, ich musste alle möglichen Arten von Jobs für ihn, äh, in dem Austausch erledigen. Ich musste es auch tun, als ich gegangen bin. Dann hat er mich immer noch behandelt, als, äh, ob er mir quasi das nächste Mal, wenn wir uns sehen, meine Beine brechen würde. Okay. Also so ist er also zum Reichtum gekommen. Er hat für so einen Typen so, so Jobs gemacht. Gut. Was brauche ich denn hier für? Was brauche ich dafür? Gucken wir jetzt auch dieses Muster drauf. Wie bei der Eisenbahn. Vielleicht in der anderen Eisenbahn. Vielleicht muss ich was in der anderen Eisenbahn finden. Auch nicht. Es müsste auch so eine Art Schlüssel geben oder sowas. Irgendwas, womit wir die Eisenbahn aufkriegen. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich hier machen soll. Vielleicht nochmal zum Priester gehen. Laptop ist auch weg. Da bin ich schon wieder. Ah, da ist auch nichts mehr zu sagen, ne? Kann immer noch nicht raus auf den Balkon. Das Ding kann ich mir noch angucken. Katze kann ich nicht streicheln. Fernseher anmachen, auch nicht. Oh, stopp. Hier kann ich auch nichts nehmen. noch mal mit den Typen reden. Auch nicht. Irgendwas muss es da noch geben. Irgendwas muss es hier noch geben in dem Raum. Was ist das für ein Kabel? Kann ich das nochmal angucken hier? Okay, Mom wollte quasi neben dem Kloster begeerdigt werden, damit sie näher an ihm dran ist. Okay, äh, Vater Abraham hat gesagt, dass er quasi, ja, das Land verlassen hat in die Ukraine und sie möchte mehr über ihn lernen. Okay. Okay, dann ist sie wahrscheinlich da. Ach, das mussten wir wahrscheinlich noch. Ich weiß nicht, was wir hier machen können. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich jetzt nochmal zu Vater Abraham nach oben. Ja, wahrscheinlich. Ich bin schon oben. Jetzt muss ich wahrscheinlich mit ihm reden, oder? Nein. Ey, komm, was muss ich ja machen? Das ist mir so ein bisschen blöd. Man steht dann immer hier und hat keine Ahnung, was man eigentlich machen soll. drei Fernseher, ja. Oder? Zwei? Wo ist der dritte? Oh, Radio kann ich noch anmachen. Nee, kann ich nicht anmachen. Es blinkt so. Was liegt denn da? Hm. Ich will jetzt nochmal mit dem Typen reden. ein bisschen Grund geben, dass wir runter können noch. Auch nicht. Tja. Ich habe keine Ahnung. Oh, ist das nervig. Gibt es sonst irgendeinen Hinweis? Items, Documents habe ich leider gefunden. ein Collective. Was müssen wir tun? Ich denke mal, irgendein Rätsel mit diesen Eisenbahnen finden. Oder einfach rausgehen jetzt? Das kann auch noch sein. Nee, einfach rausgehen ist nicht. Ja, 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 ja. Oh, oh. Warte mal. The Monastery where you be- Warte mal. Vielleicht muss ich jetzt diesen Brief angucken. Warum kann ich das denn nicht mitnehmen hier? Kolima. Kolima. Gibt es hier irgendwas mit Kolima? Kolima Monastery. Achso. Man muss immer die einzelnen Bilder anklicken. Das ist, uh, Ah. You didn't make it. That night, you were murdered. I'm sorry, Ludmilla, but I'll continue your journey. Will there be an end to all of this? The orphanage near the Bran Village. That place holds many secrets. Near the river, you'll see some ruins of an old church. But be careful. Your experience there will be eye-opening. You may not like what you'll see there. You'll either strengthen your faith in God or lose it forever. Okay. Do not become a monster. Wähle kein Monster. Das ist, ähm, der nächste Tag. 22. Dezember. The Bran opening. I wasn't expecting the sight with which I was greeted upon my arrival here. This is... weird. It's December, but look at all the flowers. There's something unnatural about this place. Despite the green forest, the bitter cold is piercing my body. Yeah. Das ist definitiv hier der Ort aus, ähm, Grey Dawn. Da haben wir auch dieses, dieses, äh, Waisenhaus besucht und mussten quasi was mit den Kindern lernen. Also irgendwie hängen diese Geschichten zusammen. Sehr interessant. Vielleicht sind wir sogar der Sohn von... Ne, kann ja nicht sein. Der wird hier aber erfahren. Wie auch immer. Äh, wir werden uns hier in der nächsten Folge weiter umgucken und sehen, was für eine Geschichte auf uns war. Ich weiß auch nicht, ob wir irgendwie die Geschichte beeinflussen können, dass es mehrere Enden gibt. Aber ich denke, dass wir immer noch ausfüllen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Hey, ich bin Chaucher. Herzlich willkommen zurück zu Last Days of Lachs Haus. In der letzten Folge haben wir im Meer über unsere Schwester rausgefahren. Äh, rausgefunden. Rausgefahren nicht. Dann sind wir rausgefahren. Haha. Ähm, weil es irgendwas mit diesem Waisenhaus zu tun hat, das wir jetzt quasi, äh, aufgesucht haben und wo wir jetzt... Wir müssen jetzt rausfinden, was mit unserem Vater war und wie das hier alles irgendwie zusammenhängt. So, er hat gerade gesagt, es war mal eine Schule, um die Geheimnisse des Universums herauszufinden und wurde von den Mönchen geleitet. Und es ist übrigens Dezember und er hat gesagt, er wundert sich, warum hier diese Blumen stehen. Oh, das ist immer ein Baum, du. Oh, wow. Beeindruckend. Ist alles voll mit diesen Riesenbäumen. Boah, ist das schön. Da ist wieder dieser, dieser Engel. Diese Engelsfigur. Dieses Mädchen. Verschwindet sie wieder? Das ist die Heilige. Diese Heilige. Wie hieß die denn nochmal? Keine Angst. Hier bist du sicher. Kann man runterfallen? Oh Gott, ich probiere es gar nicht aus. Was ist denn hier Schönes? Ja. Kommt mir bekannt vor. Glaube ich zumindest. Was ist das? Eine Brosche? Okay. Kannst du was machen hier? Ich gucke mich erstmal in der Umgebung um. Und dann gehen wir gleich rein. Oh, du Schmetterlinge. Ich will ihn fangen. Oh, weg ist er. Oh, hier liegt nichts rum. Oh, ich weiß noch, wie ich in diesem Ding rumgerannt bin. Da musste ich irgendwie irgendwas finden. Bestimmte Anzahl an Sachen. Acht Stück oder so. Ich habe ewig rumgesucht. Was ist das? Das erinnert mich an die Maschinen, die ich in den Goldminen gesehen habe. Die ich kürzlich besucht habe. Okay. Pickt up Terminal. Screen. Okay. Suchen wir mal weiter ab. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir die Umgebung ein bisschen absuchen, bevor wir reingehen. Oder war es ein Collectible? Ne, haben wir beides hier. Alles klar. Oh, ein Schrein. Irgendwas fehlt hier. Ein Vogel? Ein kleiner? Gok. Gornate Gok. No, all things have been filled with light. Both. Heaven and Earth. And those beneath the Earth. Rejoice. Alles muss mit Licht gefüllt sein. Himmel und Erde und dazwischen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Oder versuchen mal rein zu gehen. Keine Chance. Oh, ein Buch. Antoine de Saint-Exupé. The Little Prince. Oh, der kleine Prinz. Nice. Ah, noch eine Brosche. Okay. Ah, wahrscheinlich müssen wir mehr für... Uh. Was zum Teufel. Ist das ein Safe oder so? SL. Solar. 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 Okay, gucken wir mal hier. Divine Energy Source. Okay, eine Energiequelle haben wir hier. Gut. Okay, da können wir rein. Okay, Kabel mit Haken dran. Auch schön. Ja. Was ist alles hier? Die Edelsteine, die Quelle, Kabelhaken. Okay. 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 Was heißt das? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ein Gewicht haben wir aufgenommen. Okay, sie hält quasi diesen Ort in guter Erinnerung. Deswegen sieht er so aus, wie er aussieht. Und wir sehen aus wie unser Vater. Aber es sind schlechte Erinnerungen. Und sie will nicht, dass wir Dunkelheit in diesen Ort bringen. Das ist jetzt wieder die Eisenbahn aus unserem Haus. So. Der hintere Bereich. Okay, aber hier ist nichts. Dann gucken wir nochmal weiter. Wo ist das Mädchen? Crime and Punishment. Sieht so ein bisschen aus hier wie zu Hause, bis auf die Ritter. Hab ich doch. Okay, eine Anleitung für eine seltsame Maschine. Ich weiß, dass er es ist. Ich weiß es. Ich bin davon überzeugt. Fünf von unseren Brüdern sind verschwunden. Auch unter mysteriösen Umständen. Der Bischof ist, keine Ahnung, schruggt wie ein Feigling und hat die Secular Authorities to do their investigations. Hat die, ja, die, die, ja, die Authorities verantwortlichen, nein, die Behörden, die Behörden für eine Untersuchung geholt oder so. Aber ich weiß, er ist derjenige, derjenige, derjenige mit den herausstechenden blauen Augen. Derjenige, dessen Wissen es überschreitet, dessen Wissen überschreitet es von dem großen Scholas. Achso, Lehrern. Lehrern? Unserer Zeit? Der eine, über den man sagen wollte, er ist der Mann, der ein heiliges Leben lädt. Bruder Wladimir. Ja, also sein Vater. Ein Verräter. Ja, ein Mockery. Äh, es ist garlich. Ein Schlitzohr. Ein Apostate. Ja, alles Beleidigung. Äh, ich kann seine verdrehte Arbeit jetzt spüren. Oder das, was er getan hat. Ja, nicht Arbeit, Work, sind verdrehte, die Sachen, die er gemacht hat. Äh, all das Wissen, das er in so einer kurzen Zeit erlangt hat, ähm, hat er für seine, äh, Zwecke quasi missbraucht. Äh, oder, ja, zerstört. Die Brüder, die verschwunden sind, die seltsamen Lichter, die blitzen tief in den Wäldern in der Nacht. Ähm, Tierkadaver, nee, Tierkarkassus disposed of around the church. Äh, äh, irgendwas verschwunden in der Nähe der Kirche mit grotesken Symbolen, die in ihrer Haut eingebrannt sind. Ja, doch, der Teufel selbst, äh, lebt im, äh, dem Tiefen seiner Seele. Äh, äh, ich, äh, schätze, dass, dass sein Verschwinden vielleicht von etwas noch Schlimmeren gefolgt wird. Ich habe Angst, dass er seine morbiden Gedanken, äh, auf die Kinder überträgt. Ich kenne ihn schon seit einer langen Zeit. Ich weiß, ich kenne seine dunkelsten Sünden, ähm, die ich quasi nicht leugnen kann oder verdrängen kann. Dieser Wechsel, der in ihm vorging, ist, ähm, eine Bestrafung, nicht, äh, etwas Heiliges oder ein Segen. Ähm, so wie er es behauptet. Was werde ich tun? Gott wird über uns wachen. Vater Abraham. Ah, das ist der, der hier, ne, der bei uns im Wohnzimmer stand. Vater Abraham. Okay, wir müssen irgendwie dieses Tal wieder zusammenbauen. Dazu brauchen wir wahrscheinlich noch mehr andere einzelne Teile. Hier ging es doch irgendwo eine Treppe hoch. Und wir müssen wahrscheinlich irgendwas mit diesem Zug machen. Ah, ja. Huch. So? Keine Ahnung, kann ich lesen. Ja, doch, ich bin ziemlich sicher, dass das hier, ähm, ähm, dass das hier aus dem Grey Dawn ist. Was kann ich hier tun? Oh, noch ein Stein. Okay. Alles klar. Mr. Blut im Bett. Das ist, äh, irgendwie gruselig. Mehr zu lesen. Ich verlasse diesen Ort. Ähm, ich habe versagt in der heiligen Kirche, in jedem unerdenklichen Weg. Meine Brüder fehlen immer noch und die einzige Sache, äh, die mich, und sie waren die einzige Sache, die mich davon abgehalten haben. Ich war der Einzige, der ihn letztendlich überführt hat. Wir haben die Kinder weg zu einer anderen öffentlichen Schule in Rosnau geschickt. Sie sind jetzt erstmal sicher. Äh, dasselbe kann man allerdings nicht über die zwei kleinen Mädchen sagen. Oh Gott. Ich bete wirklich, dass ich sie irgendwie geschafft habe, um zu entkommen. Selbst wenn ich das Schlimmste befürchte. Ähm, auch wenn kein, äh, ja, wie auch immer, wie machtvoll er bekommen ist, habe ich keine Angst vor ihm. Mein Glauben ist stärker. Äh, ich habe eine Menge durchgemacht in meinem Leben. Ich habe den Horror des Kommunismus gesehen. Er ist nur ein Mönch, dessen Glauben von dem Bösen verdreht wurde. Eines Tages wird die, ähm, Dunkelheit ihn verschlingen. Und, äh, Gott wird nicht auf seiner Seite sein. Es gibt keinen Ort für Dunkelheit im Himmel. Vater Abraham. Okay, war das alles? Documents? Oh, okay. Wir können noch zwei, zwei weitere Documents finden hier. Die ganze Geschichte aufzudecken. Ah, guck mal her, eine Tastatur. Alles klar. Noch was? Hier ist auch wieder Blut. Vielleicht können wir jetzt diese Maschine zusammenbauen. Mal gucken, wo die war. Hier, glaube ich. Solar wahrscheinlich, ne? Hallo? S? S? O? L? Boah, was ist das für eine Sol... Bösen ist A. I, J, K, O, R, B. Ach da. Solare. Okay. Also dieses, äh, dieser Engel spürt quasi, dass wir traurig sind. Dass uns etwas umgibt. Und jemand, an dem wir hängen. Hätte gesagt, meine Schwester, sie wurde ermordet. So, okay. Wir haben dieses Ding aktiviert. Wofür auch immer. Vielleicht da hinten in diesem heiligen Teil. und mal da hinten. Vielleicht können wir jetzt hier was machen. Okay, immer noch nicht. Immer noch nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben noch diesen Haken. Wir haben das Gewicht. Wir haben die Edelsteine. Wir haben dieses, dieses Objekt. Kann ich irgendwas drin machen? Und dieser Haken. Warte mal, vielleicht müssen wir mit dem Haken irgendwie ins, ins obere Stockwerk oder so hochklettern. Können wir vielleicht noch höher irgendwo. Da können wir immer noch nichts machen. Ich bin mir sicher, wir müssen irgendwie mit dem Haken irgendwo hoch. Vielleicht außen. Oder dann so Baum. Ist da irgendwo ein Fenster? Mit dem Teil können wir nichts machen, oder? Müssen wir diese Steine einsetzen? So weird alles. Ah! 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 Wir kommen hier in den Keller. Okay. 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 Okay, besondere Schüler durften hier lernen, aber es gibt auch was Dunkles, man soll aufpassen. Aber es ist mein Recht zu erfahren, was mit dem Vater passiert ist. Spiritual Mixture, either vile, red spotted mushrooms, oh shit, müssen wir das finden? Okay, ich sollte mich umsehen, was fehlt. Funktioniert jetzt nicht. Energy und das Teil, was haben wir hier? Okay. Okay. Ich vermute mal, wir brauchen noch diese Teile. Spiritual Mixture, either vile, Orchideen, red spotted mushrooms. Die Sachen müssen wir noch finden, denke ich mal. Das ist weird. Ich sag das ja schon. Hier, Orchideen, das da. Oh. Okay. Ich komme mit. Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Dankeschön. Oh, was ist noch? Ach, hier unten ist auch noch was. Hab ich gesehen. Muss ich mich da mal ein bisschen umgucken. Ah, der Kräutergarten. Ich sehe schon. Dieses Zeug. Okay. Und ein Bild. Hm. Vielleicht müssen wir später nochmal hin. Alles leuchtet und alles ist so bunt. Was zum Teufel. Okay. Das Ding schwebt. Es scheint mit irgendeiner Energie gefüllt zu sein. Okay. Vielleicht wäre es das dritte gewesen, was wir abholen müssen. Ist das der Grab der Mutter? Okay. Wir haben die Orchidee. Jetzt brauchen wir noch einen Pilz. Alter, was? Sind wir nicht von da gekommen? Ich folge dir Licht. Ah, ich sehe die Pilze. Alles klar. Okay. Haben wir denn alles? Wir werden eben gucken, ob wir da hinten jetzt an diesem... Ding jetzt noch was machen können. Nee. Nee. Wo ist es denn? Da vorne? Oder ob wir dafür erst... Ähm... Unten im Keller was machen müssen. Das ist wirklich faszinierend. Faszinierend. Ein weißer Rabe. Okay. Collected. Miraculous. 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 Ah, dieses Teil mussten wir dahin tun. Jetzt haben wir ein Sammelstück noch. Collectibles. Nämlich... Nämlich... Dieses Teil. Was soll das sein? Direkt vor meinen Augen ist ein Wunder passiert. Meine Reise wird mehr und mehr faszinierend. Richtung unglaubliches Level. Ähm... Als ich das Bran-Waisenhaus besucht habe, bin ich über einen alten Schrein gestolpert und darin war ein Vogelskelett zusammen mit dieser seltsamen Maschine. Als ich sie eingeschaltet habe, wurde das Skelett erleuchtet in hellen Flammen und genau vor meinen Augen entstand Fleisch und Federn und ist erschienen aus dem Nichts und hat die leblosen Knochen umhüllt. Ähm... Wie ist das möglich? Dieses Gerät ist wirklich faszinierend. Das ist ein Wiederbelebungsapparat, wie es scheint. So. Ah, es war nur das Collectible. Alles klar. Dann gehen wir mal in den Keller und gucken, ob wir jetzt das Rätsel da lösen können. Also es gibt auf jeden Fall immer was zu tun hier, ne? Das kann man nicht sagen, dass die sich nicht angestrengt haben. Auch wenn die Story echt total verwirrend ist. So. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Wir haben diese Tränke. Können wir die jetzt da reinkippen? Ich habe die vier Zutaten reingemischt. Was zum Teufel ist das? Ist da vielleicht ein Schlüssel drin, um zu diesem Kloster zu kommen? Ah, es sind ja viele Tüger öffnet. Okay Das sind zwei Mädchen Der Engel kommt und verehrt mich Das ist die Mädchen, die abge... Warum hat er die Schule angezündet? Wir müssen jetzt bestimmt hier runter Zum Kloster? Was ist das? Er ist komplett durchgedreht Warte, hier ist auch noch ein Weg Der nach nichts führt Okay Oh, da ist was Da ist was Muss ich wieder an? Muss ich wieder in die Schule? Oh, der Effekt nervt Geh mal zurück Da muss ich hier irgendwas finden Und hinten Muss ich rein ins Feuer? Muss ich jemanden retten? Warte mal, da ist... Ah, da muss ich hin Jetzt habe ich es kapiert Du musst ihn als deinen Herrn akzeptieren Du bist doch schon eine Frau, oder? Sie sagt, ich hätte nicht Fehlen herkommen dürfen Kann ich rein? Muss ich rein? Nein Ah, da unten brennt es jetzt Da unten Hin und her wird sie hier gejagt Lege mich allein, Laura Lege mich allein Lege mich allein Lege dich nicht, du willst, ein Heiliger zu werden? Du bist nicht ein Heiliger, Laura Er hat deine Meinung verabschiedet Und hat dir vorhanden Es gibt nichts Heiliger Bitte, lasst uns diesen Ort Geh weg von ihm Der Herr wird ungeduldig Sie sagt, du willst doch auch eine Heilige werden Und tu, was er sagt Und sie sagt, nein, ich will hier abhauen Lass uns abhauen Oh Gott, bitte, hilf mich Nicht verlassen Ich will nicht sterben Er ist unser Gott Er öffnete meine Augen Und jetzt kann ich es sehen Nein, er ist verabschiedet Hier kommt es heute Er öffnete meine Augen Er ist unser Gott Nein, er ist besessen Der Tod kommt heute Nacht Sagt er dann Okay, müssen wir hier lang Ne, hier ist nur unser Auto Jetzt müssen wir wahrscheinlich zu dieser Kirche da Oh, da kriege ich voll Kopfschmerzen Von diesem Effekt Lauf doch schneller Warum rennen die eigentlich die ganze Zeit hier hin und her Ja, okay Ich töte dich, wenn du nicht tust, was er sagt Nein, nein Und mein Kind Lass das Blut der Ignoranten fließen Oh Also unser Vater ist dieser Slotov Slotov Aufbauen Ich will nochmal hinten gucken Ich meine, da lag noch ein Zettel oder so Zumindest können wir hier hin Oh Na hier, guck mal Geschlossen Scheiß die Wand Können wir hier hin rein Ach nicht Na gut, gehen wir mal zum Engel That hideous monster Is that what became of my father? I had hoped to find a sin But instead There are no words to describe what he turned into I'm sorry I'm sorry It is a difficult truth to bear Did my father really become that power? Don't let his forked tongue poison your mind He is way smaller and more insignificant than he imagines He thinks it's his will When he only plays the devil's games But the armies he razed All the death and destruction he brought How did he manage to do it? The powers the devil gave him would have been useless If people wouldn't have willingly chosen to follow him They embraced his corruption And they stepped away from God's path Ivana, I want this to end now Hä? Okay Also der Teufel hat ihm quasi die Macht gegeben Obwohl ohne die Hilfe der Menschen Die sich quasi verführt haben vom Teufel Hätte er es nicht schaffen können Wäre diese Macht nutzlos gewesen Warum kann ich das nicht mitnehmen? Müssen wir jetzt zu dieser kleinen Kirche? Ist das diese kleine Kapelle, die da erwähnt wurde? Wir brauchen noch einen Schlüssel Hier war irgendwo Da rechts Ah, siehst du jetzt die auf? Ja, ich hab doch hier diese, diese, diese Steine noch Aha Hier muss es noch mehr geben Ein Stein muss noch irgendwo sein Können wir das drücken? Okay Ich muss noch einen Stein finden Ich hab noch dieses Gerät Ach nee, warte Items Ich hab noch dieses Embarmas Fluid Ich hab noch dieses Gewicht Flüssigkeit und Gewicht Und ich brauch noch so einen Knopf Wo find ich den Knopf? Wahrscheinlich hier in der Kiste Da brauch ich einen Schlüssel für Wo find ich den Schlüssel? Hier rechts vielleicht Hier rechts vielleicht Muss ich nochmal ins Haus? Jetzt geht die Sucherei schon wieder los hier Vielleicht doch irgendwo hier Ich komm nochmal drin Ich komm nochmal hier unten Okay, hier kann ich nichts mehr machen Ich muss bestimmt Ich muss bestimmt diese, diese, diese Eisenbahn irgendwie öffnen Aber wie Aber wie Aber wie, aber wie Aber wie, aber wie Und wo ist der Stein? Irgendwo muss er da noch sein Er könnte überall sein Er könnte überall sein Boah, das liebe ich ja, ey Also Brunnen, das da Was ist da? Da Ah Okay Okay Ich muss Vergebung. Oh! A difficult truth to be. Was hätte ich denn da noch machen können? 22. Dezember, spät am Nachmittag. Martha's Apartment. Gibt hier nicht mehr viel zu tun. Nach Ludmillas Beerdigung werde ich wohl das Land verlassen. Fa... Was machst du hier? Du? Was ist passiert? Du hast mir knappe getötetet. Wer bist du denn? Du sagst du bist mit meinem Vater? Was machst du hier in meiner Freundin? Hör, Kindle. Hör auf. Ludmilla war meine Freundin. Also bist du sie Bruder? Du kennst du was mit ihr? Wir mussten gehen zusammen. Aber ich habe es nicht geschafft. Sie ist ohne mich? Sie ist weg, Kindle. Entschuldigung, aber sie ist tot. Sie wurde getötetet. Und ich dachte, du hast es gemacht. Was? Nein! Was? 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 No timing. No timing. Was haben wir? No timing. No timing. No timing. No timing. No timing. No timing. Was haben wir? Collectorates. Auch angezündet. Eine nette Geste, aber schlecht getimed. Dieser Junge muss wirklich verliebt in meine Schwester gewesen sein. Wie unglücklich das Leben manchmal sein kann. Ihre Liebe war beides, gleichzeitig unschuldig und krank. Ich weiß nicht, warum ich diese schöne Blume behalten habe. Vielleicht, weil sie sich an meine Schwester erinnert. Und sie wurde von jemandem gebracht, der sie liebte. in seinem eigenen Weg oder in seiner eigenen Art. Vielleicht sogar ehrlicher oder tiefer, als jeder von uns das tat. Dieser Junge, dieser Junge hat sein Geschenk mitgebracht, weil er glaubte, dass meine Schwester in der Nähe war und sie glücklich wäre, wenn er sie ihm geben würde, sie ihr geben würde. Was für ein trauriger, ja, was für ein trauriger Wechsel der Ereignisse. Aber in dieser dunklen Welt ist diese Blume mit weichen und delikaten Blüten. Ne, das hier innen, diese Petals, gibt mir Hoffnung. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. Stempel, glaube ich, Petals. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. So, er hat alles angezündet. Seine verrückten Roboter sind in der Stadt. Keine Autos mehr da. Raus komme ich aber auch nicht. Okay, was muss ich denn hier noch... Die Katze soll überleben. Was muss ich denn hier noch tun? Nochmal Schränke absuchen. Wahrscheinlich nicht, ne? Es ärgert mich ja jetzt schon, dass wir da in der Kirche nicht noch den letzten Diamanten gefunden haben. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch eine Rätsel... Gehen wir mal runter, kann ich auch. Ein Geschenk? Was ist das? Ich denke, wir sind nicht nah genug dran. Fröhliche Weihnachten für Lazarus von Laura. Ah, das ist für die... Für das... Ja, ich sehe schon. ... Okay. Bleibt in euren Häusern. und wir werden ein neues Land aufbauen und dieser Krieg wird von Maschinen geführt. Ein neuer... Ja. Neue Hoffnung am Horizont. Blablub. Okay, also ich denke, wir müssen dann an... Oh. Wow. Warum gibt's blaue und... Oh! Die Mutter. Radomir Pritzschild. What? Irgendwas hat sie geheim gehalten? Was hat sie geheim gehalten? Geburts... Äh... Geburtszertifikat. Sozialistische Republik von... Rumänien. Die Geburts der Vergangenheit sind ein Verbrechen auf deiner Bewusstseins. Die Maschinen werden sie weggefallen. Morgen steckst du in den Paradeus. Was ein großer Zeit, zu leben. Die Geburts dieser wunderschönen Martha und Wladimir. Es sind Geschwister. Zwillingsgeschwister? 26. Dezember 34. Oh. Seine Eltern sind Geschwister. Was haben wir hier Schönes? Ah. Collectible. Wörter kann nicht meine Wadimant beschreiben. Sozialistische Republik von Rumänien. Geburtsregistrierung. Geburtsregistrierung. Dieses zertifiziert, dass die folgenden, ja, Geburten stattgefunden haben. Im Büro des staatlichen Registers. Auf Vitalsthetik.at. Isai Rumänien. Name des Vaters Dragomir Petrescu. Ähm... Mädchenname der Mutter Ruxandra Gennady. Name der Kinder. Martha Petrescu. Ja. Und Wladimir Petrescu. My father and my mother. Brother and sister. Okay, hier ist auch noch ein Brief. Ich glaube, ich bin verliebt. Ich habe keine Idee. Das ist alles neu für mich. Aber als Zivko mir diese wunderschöne Blume heute gebracht hat und mich geküsst hat, wurde ich über 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 mannt von einem Haufen von Emotionen, die ich niemals zuvor gefühlt habe. Ich habe Bücher über Liebe und Romanzen gelesen. Über galante Männer, die junge Mädchen ähm ähm Mein Gott, ich lese gerade vor. Okay. Das ist aber ich habe sowas niemals von mir selbst, ähm ja, äh, erfahren. Was, was würde Zivko denken, ähm, wenn er wüsste, dass das alles für mich neu ist. Alles, was meine Mutter mir jemals über das Leben erzählt hat, ist, wie man, äh, gute Disziplin vor Gott, äh, hat. Sie hat mir niemals gesagt, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Ich musste es selber von Büchern lernen, die ich hinter ihrem Rücken gelesen habe. Ähm, Mom hat immer jemanden, jeden verdächtigt. Ähm, sie hat gehasst. Sie hat, äh, Zivkos Familie gehasst, die, äh, unten eingezogen ist. Besonders, ähm, seit, äh, sie nicht der Kirche angehören und sie, äh, nur sehr schlecht Rumänisch sprechen. Sie glaubt, ähm, dass sie in einem dubiose Geschäfte verwickelt sind. Also die unter allem. Aber ich glaube, sie ist nur paranoid. In den Augen meiner Mutter ist jeder böse und, ähm, ja, will uns irgendwas. Äh, sie hat mich nach der Blume gefragt. Ich habe ihr gesagt, dass sie von der Kirche war. Vater Abraham, ähm, ähm, ja, gibt gerne Kindern und jungen Menschen Blumen aus dem Blumenstrauß, vom Blumenstrauß da. Äh, die Menschen sonntags zum Altar bringen. Sie hat mir geglaubt. Ich habe keine Ahnung, was für eine Blume das ist, aber sie sieht klasse aus. Ähm, sie muss eben ein, ein, eine Menge, ein Vermögen gekostet haben. Ähm, The Raskal hat mich zu diesem Ort eingeladen. Ich war, ja, pflastert, keine Ahnung. Nach dem Kuss. Ähm, ich habe fast ja gesagt. Und an einem Sonntag, ich gebe zu, ähm, dass ich von meinen Gedanken, ja, überrannt wurde. Oder nicht klarkam. Ich bin nicht so prüde, wie Mutter mich gerne hätte. Aber, ich kann noch ein bisschen länger warten. Okay, also was, ja. Was sagt uns das jetzt? Mal gucken, was haben wir in Items? Documents. Is this true love? Zwei können wir noch finden. Oh! Oh! Das Ende ist nah. Diese Welt wird brennen. Brennen. Oh. Ja, ja, komm sofort. Wir müssen mal gucken, ob es hier noch irgendwo was zu lesen gibt. Aha, hier. Lazarus. Ich lese es gleich. Laura? Thank God. Where have you been? I've been calling dozens of times. Around. Looking. I was worried. I came over and I left you a letter. Did you find it? I wanted to tell you. I started to feel something for you. Oh, I don't understand it myself, but I feel like we have a connection. like... Listen, Laura, I've visited an orphanage. It's near the Brand Monastery. Maybe you know it. Mr. Lazarus. Yeah, it's Mr. Lazarus. Who the hell are you, Laura? You feel something for me? We've only met a couple of days ago. Are you delusional? You know nothing about me, and all I know about you is that you're a murderer, and you let yourself be corrupted by my father. I'm sorry. Can you ever forgive me? I was stupid. I was young, and he had this power. I tried as much as I could to resist, but... Did you know all this time that Zotov was my father? What? No, I swear. I just wanted to help. I had no idea. I told you how I met Ludmilla, and then you came along, and I felt this compulsion to stay by your side. I never knew you were Vladimir's children. I never knew he had a family. After I did that horrible thing, he abandoned me. It took me so long to get over what I did, to have a semblance of a normal life. What kind of cruel God would pull me back into Vladimir's life? Okay, stop. I can't listen to this anymore. I have to hang up. Okay, also that's the quasi... this woman is clearly disturbed. I can't believe anything, she says anymore. We have a connection. Yeah, right. Okay, diese Frau is just disturbed. We have a connection. She said she feels something for her. Citizens of this country, hear me. These are the last hours of the wretched regime that has tormented you for years. The freedom that was promised to you was a lie. The president has just resigned and I will... Okay, wir können hier nochmal lesen. Documents. Ein Dokument können wir noch finden. So, jetzt erstmal, was die am Telefon gesagt hat. Also, er hatte quasi vorgeworfen, dass sie das Mädchen ermordet hat und sie meinte, ja, sie wäre unter dem Bann von Vladimir gewesen und sie konnte sich dem nicht entziehen, aber sie hat sich verändert und sie wusste es nicht, dass das so doof ist und hätte sie das gewusst, dass er eine Familie hat und so und ja, bla bla. Es gibt keinen Zweifel, dass Laura ein Ort, dass sie in die psychische Klinik eingewiesen werden soll. Lazarus. Als wir diese letzten Tage zusammen geführt haben, habe ich mich gefühlt, als ob das Schicksal selbst unsere Pfade gekreuzt hätten. Auch wenn wir nur unter solch komischen, dunklen Umständen uns getroffen haben, kann ich mir nicht helfen, aber ich fühle mich aufgeregt, wann auch immer ich in deiner Nähe bin. Erst dachte ich, das, was ich fühlte, ist wegen Ludmilla, um dir zu helfen, aber ich weiß, dass es nicht wegen der Loyalität, dass ich in der Nähe hier rumhänge. Es liegt an dir, Lazarus. Ich habe so viel, dass ich gerne sagen würde und ich möchte dich besser kennenlernen und du weißt und ich will, dass du meine Geheimnisse kennst, selbst meine dunkelsten und ich will, dass du verstehst und dass du mir vergibst. Ich weiß es einfach. Ich kann nicht da warten, mit dir zu reden. Bitte ruf mich an, wenn du nach Hause kommst. Laura. Okay. Können wir nochmal hier mit ihm hier reden? Nope. Können wir nochmal unten machen? Also eigentlich müsste es hier noch einen Brief irgendwo geben. Das hier nicht. Das ist einfach das Zertifikat, dass er ein Mönch ist. Okay. Was können wir denn noch machen? Was könnte... Das können wir nicht... Könnten wir noch was mitmachen, aber wir brauchen noch irgendwas dafür. Okay. Hier war auch kein Brief mehr. Und hier habe ich alles durch. Was haben wir denn hier überhaupt für ein kleines Teil? Warte mal, wir haben doch noch so ein Collapse... Genau, das Ding hier. Was ist das denn? Es ist komisch, dass mein Vater dieses Fragment aus Paradise lost genommen hat. Me miserable. Which way shall I fly? Infinite wrath and infinite despair. Which way I fly is hell? Myself am hell. Selbst bin ich höre. The lowest deep, the lower deep. Still threatening to devour me opens wide. To which the hell I suffer seems a heaven. Also die Hölle, in der ich leide, sieht aus wie ein Himmel. Aha. Okay. Kann ich noch was? Ich weiß nicht, ich weiß nicht wo oder ich weiß nicht was. Rausgehen können wir noch. Runtergehen können wir noch. müssen wir denn noch da ist der Brief. Also. In dieser Nacht, als ich quasi bewusstlos wurde Ich habe mit Ludmilla am Telefon geredet Dass ich sie mag Aber ich habe es niemals zur Kirche geschafft So wie wir es besprochen haben Ich bin später in der Nacht aufgewacht Ohne, ja, vollständig in der Realität zu sein Diese verdammten Drogen haben härter eingeschlagen als sonst Dann ist die Wut in mir aufgekommen Das böse, ja, Unruhige in mir drin Die Dunkelheit in meinem Verstand, in meinem Kopf Das konnten nicht die Drogen sein, oder doch? Ich war eingesperrt Irgendwas hat die Tür blockiert Ich habe eine Woche mit dem Essen, das ich hier in meinem Raum hatte, überlebt Aber die Albträume Ich konnte nicht aufhören, meine toten Eltern zu sehen Die Gesichter von mir Wir können das hier lesen Nein, wir können das Hier lesen Documents Als ich aufgewacht bin Alles, was ich tun konnte, war an meine Ludmilla denken Die mich ohne mich verlassen hat Nur weil ich so dumm war Wieder die Drogen zu nehmen Und dann Kam mein Mann Und hat mich beschuldigt, dass ich meine Eltern getötet habe Und ich habe ihre langsam verwesenen Körper gesehen In dem Raum nebenan Alle bösen Dinge, die meine Eltern mir angetan haben Ich habe sie immer dafür verflucht Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich sie so sehr hasse, dass ich sie ermorden würde Und dann noch in so einer grausamen Art Alles, was ich jemals am Ende getan habe, ist mein Leben zu zerstören Viel mehr noch, als ich dachte Als sie es getan haben Ich bin der Einzige, dem man die Schuld für alles geben kann Ich warte lange für einen kleinen Funken Des Lebens Okay Ich glaube, wir haben definitiv Haben wir auch was verfasst Wir haben nicht alle Dokumente gefunden So, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt raus müssen Also nicht in jedem Level Hier vielleicht kann ich noch mal mit ihm reden Nein, okay, dann Wenn ich diesen Ort verlassen, komme ich mir zurück Ja, ich soll die Katze mitnehmen Ich kann sie nicht hier alleine lassen Ich muss ja das finden, wo ich dich reinstecken kann Okay Schachtel Hier, die Tasche Warum nicht die Tasche? Ein Käfig Warte mal, unten ist ein Käfig Hier war ein Käfig Aha Ja, siehst du So Komm, Kitty Yes Ich gehe zur Beerdigung Komm mit Ich gehe zur Beerdigung von Ludmilla gehen Ich gehe zur Beerdigung von Ludmilla gehen 22 Dezember Noch vor 6 Uhr Voron es Okay, die Partei hat dieses Dieses Kloster nicht angezündet Zumindest erstmal nicht Und wir haben die Nebenstraßen genommen Die Seitenstraße, um nicht von den Maschinen von seinem Vater entdeckt zu werden So Ah Ich gehe hier was finden Items Drei Dokumente Collectibles Okay Here we are, Mr. Lazarus Unfortunately I've spoken at the funeral home and with the priest to have a beautiful service for Lumilla I'm waiting for Father Abraham to come and open the chapel God These blooming flowers in December make me feel nervous I admit, they are strange The Bran Orphanage was overgrown with them But I think of them as a miracle Anyway, I'll go to the chapel and wait for Father Abraham there Mr. Lazarus Regarding what we talked about on the phone You were right You barely know me And I'm the only one who should carry the weight of my sins I just wanted you to know I regret the things I did I don't pretend to understand what you've been through But I can understand you regret I have the burden of my own sins For now, I just want to ask forgiveness for my sister Okay Ähm, ja Also wir müssen sie nicht verstehen und ihre Sünden und verzeihen Und er sagt, wir hatten eigenen Sünden Und er wartet jetzt auf Vater Abraham Auf das Gebet Was steht da? Evictus Order Am 19. Dezember Ähm Wird die, ähm Das Monastery Also dieses Kloster Das Voronesskloster Eigentum des neuen Staates Die Entscheidung wurde Von der Armee des Volkes getragen Und die Koalition, die von General Zotov geführt wird Und den Präsidenten Der Präsident Die Note Er zwingt das Gesetz Nummer 32 Artikel 88 1999 Against the State Masses Punishing in Köln The New Law Okay Jeder, der sich dagegen aufschreibt Müsste dir die Gesetze des neuen Staates verheilen Muss ich vorgesetzten Ja, verantworten dafür Okay Aber hier steht noch ein Okay, dieses Auto ist mit Munition und Waffenfeuer Sieht so aus, dass wir nicht alleine sind Nicht irgendwas Hey, vielleicht ist unser Armeekumpel wieder hier Okay, da hinten können wir auch irgendwie langen Schauen wir uns mal ein bisschen um hier Ist auf jeden Fall alles sehr, sehr liebevoll gestaltet Immer wieder Guck mal, was da hinten noch ist Nichts Ist gar nichts Hm, wo ging's da rein? Na hier Ist das vielleicht Vater Abraham da hinten? Hier irgendwo rein Was ist denn hier? Ein Wasserspender Ist alles so liebevoll gestaltet, du Alles so liebevoll gestaltet Ist dir und Schande gefüllt Wenn ich einfach zur Beerdigung meiner Mutter gekommen wäre Wären die Sachen jetzt vielleicht anders gelaufen Ah, da ist er ja, der Oh, guck mal hier Ludmillas Grab Tja Wir haben davon geträumt zusammen zu sein Vielleicht irgendwann mal Kinder zu haben Und jetzt Licht sehen So jetzt in einem Box Für immer Okay, gucken wir mal Was hier ist Oh, noch ein Fahrzeug Ich mag die Stimmung gerade mit dem Regen Da flackert was Vielleicht können wir da hin Da brennt auch was So, da können wir auch noch hin Ich weiß nicht, ob da oder da Wieso sind wir zuerst hin Gucken wir mal hier Kommt man da überhaupt hoch Ah, guck mal hier Boah, ein Scheißschlüssel schon wieder Das ist doch jetzt nicht wahr Wahrscheinlich auch wieder für ein Collectible, hm Okay Gucken wir mal hier Auch lockt Wo ist die Kapelle Sag nicht, ist auch abgeschlossen Der Schlüssel passt nicht Jemand hat versucht Oh Alten Schlüssel benutzt Hab ich den noch? Hier ist das Mädchen wieder Ich habe dir tausende Blumen gebracht Für die Beerdigung deiner Schwester Ich konnte dich in dieser dunklen Zeit Nicht alleine lassen Vielleicht müssen wir jetzt einmal Beim Friedhof latschen, hm Schlüssel für Schlüssel finden Da flackert was Ich renne trotzdem nochmal hier rüber Was haben wir hier? Sei mutig, mein Kind Be brave Oh So Ah, ein wertvolles Geschenk hat sie mitgegeben Sie hat nochmal versichert Dass Gott alle Menschen liebt Und ja Niemanden quälen will Und er zweifelt das an Und sagt, er fühlt eher Als ob Gott überhaupt nicht existiert Tja Und wir müssen nicht nur in dieser Welt suchen Sondern auch in einer anderen Was kann ich hier jetzt mit dem Teil machen hier? Dieses Energieteil Wo können wir das dran machen? Geschenk für was? Mal gucken Vielleicht müssen wir es dahin bringen Wo wir die Mutter gesehen haben hier irgendwo Die Mutter Okay Also irgendwie müssen wir in diese Kapelle Das denke ich mal unser Ziel Das können wir jetzt mit diesem Teil machen Was wir haben Irgendwo aufstellen Müssen wir irgendwo anders mit reinkommen? Da leuchtet jetzt das Auto What? Schon wieder dieses Auto Müll Oh Oh, da oben kommen wir jetzt hin Hier ist jetzt auf Oh nö Der toten Körper des Totengräbers Wurde reduziert auf einen Haufen Ja Innereien Okay Okay, what the Streichhölzer Okay They never believed me Back in the days When I was a priest I tried to warn them Our freedom Is illusory Fragile Like a wafting leaf In the wind I prayed That this day Would never come If they banished me But I am prepared When the Antichrist Comes I'll proceed As written In the forbidden Teachings Of the Holy Fathers The Antichrist This is disturbing It's the least I can do May St. Ivana Bring peace To this poor man's soul Verrückt Dieser Mann hat sein Leben Gott gewidmet Aber sein Werk konnte nicht verändert werden Das muss da rein Das Ding Das müssen wir noch finden I don't know what to do with this I'll just leave it here Ich weiß nicht was du mit tun soll Ich lass einfach hier I imploreet thee Who alone are good And merciful Look upon me Thy sinful And humble servant And purge my soul And heart Of wicked conscience And by the power Of the Holy Spirit Enable me Who am clothed With a cloth Of sin To stand before this holy altar And to perform The sacred ritual Of the great sacrifice Okay Ein Ritual des großen Opfers Okay Wir müssen also noch was finden Und da ist jetzt zu Ach Mein Freund You I thought you were dead Not yet I escaped death More than once by now However I'm not sure I'll make it past midnight The wretched monster Will be here soon Do you mean Zotov Who else Haven't you noticed That this is the only church around That isn't yet burning But what the hell Are you doing here It's my sister's funeral It seems Father Abraham has arrived Listen Can you help me bring her coffin Inside the chapel Image I am Of your unutterable glory Though I bear the scars Of my stumblings O sovereign lord Have compassion on me And cleanse me Through your loving kindness And the homeland Of my heart's desire Bestow on me By making me A resident Of paradise Okay Er ist Zotov entkommen Oder dem Tod entkommen My condolences friend Listen I know how you feel Seeing your family Torn apart is Painful I'm By your side You're not alone Even the angels are here Or am I the only one Who can see her Hm Selbst die Engel sind hier Ob ich nicht der Einzelne sehen kann Er weiß wie schlimm es ist Wenn die Familie Auseinandergerissen wird Ähm Ja Zotov wird wahrscheinlich Bald Hier ankommen Oh Stein Okay Ivana Laura muss näher sein Was wenn sie dich sieht Sie nicht Wenn sie mich sah Dann wäre sie schrecklich Ich will nicht Ich will nicht Er keine Schmerzen Ich habe sie bereits Vergangen Ach Das ist die Die umgebracht wurde Von ihr Ah Verstehe 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 Innocent of Offering Oh Wo kriegen wir das her Ah Das funktioniert echt Miss Laura Wir informieren sie Dass ihre Anfrage Für die Vorbereitung Äh Aufbereitung Des Körpers Von Ludmilla Marie M Äh Vervollständigt wurde Äh Wir sind nahe dran Die Mitarbeitern Klar zu machen Dass Der Hauptaugenmerk Äh ja Ist sorgfältig Und respektvoll Mit der Verstorbenen Umzugehen Ähm Während wir quasi Das Gesicht Wiederhergestellt haben Mussten wir Die neuesten Methoden Für die Gesichtsrekonstruktion Benutzen Wir wollen sie auch Darüber informieren Dass die Arbeit In der diskretesten In der diskretesten Art und Weise Und wissen wir warum sie Ähm So aussieht Wie sie aussieht Vergib mir Vergib mir Dass ich nicht besser auf dich aufgepasst habe Wir müssen ein Opfer bringen Für Gott Es wird ihn fernhalten Aber was Aber was sollen wir tun Weißt du was ich tun soll Eine Kerze In Kohle Was In Kent's Resign In Kent's Carcow What the fuck Ich habe Keine Ahnung Müssen wir jetzt irgendwo Reintun Wahrscheinlich brauchen wir Noch was Hier gibt es Torte Ich hoffe der Geruch Der Zutaten Wirst uns sicher halten Okay Okay Ah The saints give rest To Christ To the souls Of thy servants A sickness And sorrow Amor In the sighting With life everlasting Auf ihren gebet Okay Hey Also gebet es darum Ah Und nu Are you alright Sorry I'm not well I feel afraid And it is too hot inside I can barely breathe I feel like I'm suffocating It's just some incense It's supposed to protect us Reirauch Glaub ich Ich bring dir Wasser Okay Sie kann nicht reingehen Es ist hier zu heiß Aber er sagt Es ist quasi nur Heiligen Wasser gefüllt Ich brauche eine Tasse Ah hier Alles klar Ich hoffe das fühlt sich besser Für sie An das heilige Wasser Also sie kann nicht reingehen Oh ist sie vielleicht Doch der Teufel Wir werden es sehen Wenn ich jetzt das heilige Wasser Gebe What the hell Did you give me to drink Do you want to poison me It burns like fire Oh God Ah This is Dr. Berzer Listen Just stay outside Until you feel better I'm going back to my sister's funeral You need to seek full retch How dare you leave me here It's cold and raining Lend me your coke Mr. Lazarus Okay come Okay come Jetzt genug Abstand Okay ich muss die Tür blockieren Blockieren Knall sie ab Womit soll ich die Tür blockieren Oh How dare you leave me here It's cold and raining Let me your coke Mr. Lazarus I tried to resist But he is too close now His words are pleasure I'm his mistress Only his will shall be done Okay wir sind erstmal sicher What makes you believe You can be safe from me Father I've been here all this time Those fragile walls cannot keep me away This is how I celebrate my mortal death Oh Oh Vater Abraham Was Oh nein Ich will nicht Was kann ich tun Ja Was kann ich tun Was ist der Alptor Okay wir haben Okay wir haben Schlüssel Oh Hä Wofür ist der Schlüssel Mr. Lazarus Ähm So wie ich sie vorher erwähnt habe Kenne ich deinen Vater schon Oder wie ich sie vorher erwähnt habe Kenne ich den Vater schon eine lange Zeit Er hat seine dunkelsten Geheimnisse Mir anvertraut Und mich ermutigt Ähm Gottes Pfad zu folgen Mein Leben zu opfern Im Dienste unseres Herrn Für eine Chance Auf Äh Wiedergutmachung Ich war glücklich Als ich die Verbindung Zu seiner Ja Stärke Gefunden habe Und doch Äh Ist meine Freude Sehr bald in Sorge Umgeschwenkt Und Ja Zweifel Und später Ja Misstrauen Oder sowas Ähm Sein zerstörtes Herz Ähm Hat Anstatt zu heilen Alles in seiner Nähe Verfault Der Schaden Den er angerichtet hat Die Ähm Die Was Die Fäden des Bösen Oder sowas Die er Verwandelt hat Ich konnte Nicht diese schrecklichen Dinge Äh Weder Ludmilla Noch dir erzählen Ich hätte Für sie gewollt Und auch für dich Ähm Dass ihr ihn selber Kennenlernt Seinen Pfad zu sehen Ähm Zeuge von seinen Taten zu werden Und seinen Konsequenzen Schritt für Schritt Und nicht Euch mit dem Fakt Äh Zu schockieren Was er heutzutage Bekommen Geworden ist Und in dem Prozess Ähm Ihn kennenzulernen Habe ich gehofft Dass ihr euren eigenen Weg finden würde Um mit der traurigen Wahrheit Zurecht zu kommen Äh Vergebt diesen alten Dummkopf Ähm Falls ich falsch liege Möge Gott Deinen Pfad Der vor euch liegt Erleuchten Vater Abraham Oh Dieses Ding Ja Das ist das zweite Das zweite Ah Ich weiß Was ich tun muss Ich muss wieder Zu dem Äh Oha Oha Okay Dieses Herz Das ist das neue Herz Der Zukunft Nein Warte Ich will Wo will ich hin Arschlecken Ich will das Ritual Ben Wäre ich die Waffen Benutzen Nein Kann ich nicht Hey Was the hell Happened to you You don't understand He wants us to be together Me and you We are the foulest Of his sins And we will be the Adam and Eve Of his new paradise This is sick He destroyed your life Open your eyes He's the devil incarnate No No Don't talk like that He is our master We will only know glory by his side He will shield us from all harm And I will be all yours All your fantasies I will make them come true my love Laura Snap out of it Fight his lies Lazarus Oh God I can't resist his power I I I I want you Give in to the call of my flesh Let us taste the fruits of pleasure together For there is nothing sweeter My body yearns for you I'll kill anyone Supporting General Zotav Ah Er hat sie abgeknallt So sorry You lost the fight against him Es tut mir so leid Dass du den Kampf gegen ihn verloren hast Er wollte Dass wir quasi Die neue Adam und Eva werden Sie und ich Für sein neues Dunkles Königreich Ist hier noch irgendwas zu finden? Okay Ich denke jetzt müssen wir hier irgendwie Dieses Dieses Heilungs Your father has abandoned his human body And has embraced a new Grotesque form You cannot stop the coming of the new paradise Hand me your souls You must complete the ritual Before it's too late Du musst das Ritual werden Ah Opfer Wir müssen das Herz durchstechen Greta Lord Has no man than this The man Made down his life for his friends Okay Ähm Okay Hier müssen wir es drauflesen Okay Das Schwert Und dieses Teil Wo kommt das hin? Was? Ah Ich brauche noch was Ach Das Rote Das Grüne Was muss ich denn noch finden? Ich muss noch mehr finden Wo finde ich es? Ne Wo finde ich es? Wo finde ich noch mal Ach Da oben vielleicht Ne Ich brauche einen scheiß Schüttel Das muss doch in der Kirche sein Oder so Da komme ich nämlich nicht rein Da ist wieder Schlüssel drin Das sind alles Sachen Die wir so nach und nach Gefunden haben Ne Da 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 ist es Alles klar Hab ich übersehen Alles klar Da müssen wir mit dem Speer Das Herz durchtrennen Das ist schon echt Eine verrückte Geschichte Einfach nur verrückt Schwäbi Schwäbi So jetzt aber Zack Okay Das muss grün Das muss grün Und lila Lila Okay Lila Grün Okay Wir fangen Na scheiße Wir müssen mit grün anfangen Also Grün Lila Lila Grün Ach das ist immer oben und unten Ah ey Was Was ne scheiße Bist du scheiße Was amore Ja Dagger Feels imbued With divine energy But what should I do With it Pierce Zotov's Devilish new form Na toll. Okay. Ein Ritual durch aufgenommen. So, durch welches Herz müssen wir es denn bohren? Durch das Herz, das man noch retten kann. Irgendwie sowas. Durch ihr Herz. Ich denke schon durch das Großherz. Ah, guck mal hier. Das ist Ludmilla? So viel Schmerz. Es muss enden. Kann ich denn jetzt noch einen Schlüssel finden irgendwo? Keine Ahnung, wo ich den finden kann. Egal. All dieses Leiden bricht meinem Herz. Mach das aufwärt. Hier gab es aber nichts mehr. Weil hier die Mutter war oder irgendwie sowas. Gehen wir mal zum Herz. Zum Megaherz. Ach, das ist da, wo... Das ist in ihrem Grab, das Herz. Ich kann nicht mehr aufwärtigen. Bitte, bitte, hilf mir. Bitte, mach es nicht. Bitte, bitte, stopp. Alle müssen gerettet werden. Okay. What? What am I supposed to do? I'm lost. Such trash. You cannot stop me. My new paradise is already here. What can my fool of a son do? Your mother tried to resist me and I snapped her neck. I smashed my old daughter's skull and she would enjoy me. I am death and salvation. Wie kann ich alle retten? A heart that can still be brought to light from its path towards damnation. An act of sacrifice for the good of the many. Nothing can stop me. God has turned his face away from humanity. That is not a single soul still worth having blood. Ich muss mich selber opfern. For a greater love has no one than this, that a man lay down his own life for his friends. Lord, hear my prayer. Forgive us for the evil in our hearts. Forgive us for straying from your path. As I return my soul to you, I pray for your mercy on those who remain. Lord, remember me when I come into your kingdom. The Wickedst of Heart, 25. Dezember, Kolima Cemetery. I can't believe she's truly gone. We've witnessed too many horrible things these past days. Indeed. But for now, things have settled down. It is time to leave behind those atrocities. We humans are frail, but even so, we are capable of great evil. I'm afraid no one will believe my story of what happened in the end. We'll forget, and what we now know is truth will slowly turn into a distant, hazy memory. And then, one day, another General Zodoth may rise. Perhaps. But you mustn't only think of the darkness. Live your life, and find the good and beauty in it. You owe it to those who sacrifice themselves. And don't forget, even in the darkest of times, God still works miracles. Moarte, moarte nebiloasă o fofot, Tu pe toții scozi în casă o. De-ar fi tânăr sau bătrân, De-ar fi slugă sau stăpân, Mai amară ca ceasul morții nu-i. De-ar fi tânăr sau bătrân, De-ar fi slugă sau stăpân, Mai amară ca ceasul morții nu-i. De-ar avea elă tot pământul o fofot, Tu-i pregătești mormântul o. De-ar fi slugă sau stăpân, De-ar fi slugă sau stăpân, Nu-i pregătești mormântul o. De-ar fi slugă sau stăpân, Nu-i pregătești mormântul o. Mai amară ca ceasul morții nu-i. De-ar fi slugă sau stăpân, Nu-i pregătești mormântul o fofot, Gura ta cea veșnic dulce, să-mi dea voie să-mi fac cruce, mai amară ca ceasul morții nu-i. Gura ta cea veșnic dulce, să-mi dea voie să-mi fac cruce, mai amară ca ceasul morții nu-i. Și cu gura să pot spune o fofo, cea din urmă rugăciune-o. Și să-mi spăla al meu păcat, de Domnul să fiu iertat, mai amară ca ceasul morții nu-i. Și să-mi spăla al meu păcat, de Domnul să fiu iertat, mai amară ca ceasul morții nu-i. Thank you for playing! Ok, auf jeden Fall ein sehr merkwürdiges Game, das ein bisschen anders war, aber doch schon sehr Great Dawn-mäßig, also man hat es definitiv wiedererkannt, vor allem mit diesem ganzen pompösen, luxuriösen, grafisch gut aussehenden, aber doch irgendwie ein bisschen kitschig und ein bisschen weird. Also, ich mag's eigentlich, ich mochte auch die Geschichte, die wirklich teilweise brutal war und, ähm, ja, halt verdreht und halt nicht so, ne, mit den Porno-Nachbarn und den Eltern, die Geschwister sind, alles ein bisschen strange mit dem Antichristen, der da auf die Welt gekommen ist und so. So ganz habe ich die Story nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, ähm, äh, ob man da jetzt noch mehr hätte rausfinden können. Ich glaube, da ging es dann immer nur um die Collectibles, auch da in dieser Kirche, wo wir die Steine einsetzen mussten und so. Aber mir hat es trotzdem gefallen, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, ist mal wieder, es ist halt was anderes und ich werde die Entwickler auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja, sie haben mich ja sogar angeschrieben, deswegen werden sie mich wahrscheinlich verfolgen. Und wenn die nochmal ein Spiel machen, dann werden wir es auf jeden Fall auch wieder spielen und ich hoffe, ihr seid dann auch dabei. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, haut rein! Ciao!